Aufsendung! Willkommen, Freunde, am einzigen Tisch, wo nicht gelogen wird, wir haben den Kreuzberger-Team liegen, Deutschrap's Killer Gorella und wir bringen euch heute den Bruder Zilla, Baby! Schön, hier zu sein. Komm in der Hölle! Ja, man, lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen, alle haben uns fragt, was macht der Zilla? Und wir liefern heute, du bist da. Ich hab mich ein bisschen zurückgezogen. War eine Menge Ruhe. Anderthalb Jahre so. Also nicht musikalisch, aber so aus den ganzen Interview-Games und so. Da hab ich noch ein bisschen Klang und gehört an der Tour. Wieso? Wieso? Ich hab die ganze Zeit Musik gemacht und hab jetzt mein Leben einfach neu strukturiert. Das ist ja eine Sache, die mich schon ganz lange beschäftigt, so die ganz lange, oder womit ich mich ganz lange schon auseinandersetzt, ist halt dieses Sucht-Thema. Und da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich da in der Spur bleibe. Also ich bin so richtig krampf-clean, sag ich das mal. In allem so. Aber ich komm klar auf jeden Fall. Ich geh einmal die Woche in so eine Gruppe. Und ja, privat auch aufgeräumt, umgezogen, schön, alles schön gemacht und so. Und einfach eine ganz neue Struktur für mich geschaffen. Weil ich gemerkt hab, dieses 15 Jahre rappen und so, das hat mich irgendwann... Es war wie so eine Sackgasse einfach, ging nicht weiter. Also von der Persönlichkeitsentwicklung so. Ich kam mir mal klar... Respekt erst mal, dass du diesen Schritt gehst. Ja. Ich kam mir mal klar, also wie man es nimmt. Wie man es nimmt, was ist klarkommen, aber... Ja, ich wollte einfach nochmal den nächsten Step machen, so. Und das erfordert halt viel Arbeit. Ist auch total anstrengend, so. Klingen sein. Total. Würde. Aber drauf sein ist anstrengend, hab ich gehört. Also guck mal, ich wäre eigentlich... Ich würde auch gerne den 187 Lifestyle hier so ein bisschen rundrollen, kiffen, saufen. Dann geile Musik machen, irgendwie geile Flows und so. Das ist eigentlich genau mein Lifestyle, aber mich hat das kaputt gemacht irgendwann. Ich bin so ein Euphorie-Mensch. Wenn ich eine Euphorie verspüre, ich muss dann immer noch einen draufkippen. Oh, krass, krass, krass zitiert. Ich kann nicht damit so umgehen. Wenn einer sagt, ey, super gemacht und so, dann kann ich das irgendwie nicht so für mich annehmen. Lange Geschichte so. Aber sehr interessant. Ja, das ist wirklich sehr interessant. Die Psyche ist krass, wie die gestrickt ist. Ich glaube, wir haben da voll ewige Probleme, fast identische mit den Materien, also mit Suchtproblematik. Aber ich denke mir, wir gehen anders mit um. Aber darf ich direkt fragen, hast du auch mit Kokain oder nur Kiffen und Alkohol? Ich sage mal so, ich kann wirklich an einer Hand abzählen, wie oft ich mein Leben einen Koks gekauft habe, selber. Und der Rest war so irgendwie mitgehangen, mitgefangen mäßig, einfach weil ich dann auch nicht nein sagen kann. Wenn es dann so gepräsentiert wird, dann ist dieser Suchtinstinkt da. Das war gestern bei meiner Boogie Night Show. Ich kenne das voll, der Alkohol spricht mit mir. Ja. Ich wollte dich mal fragen. Ich war immer Quartal-Alkoholiker. Ich hatte Zeiten, wo ich exzessiv getrunken habe, um die Psyche zu betäuben, mich morgens schon wegschießen, dann auch mit Kokain verbunden. Ja. Aber die Frage ist, warst du auch immer schon so ein Alkoholiker, wie ich nie war oder du warst psychisch Quartal oder bin? Und warst du auch so, dass schon dein Körper gar nicht mehr den Zucker umsetzt, sondern nur noch den Alkohol? Also in Delirium auch körperlich? Ja, ja. Das war natürlich auch körperlich. Ja, ja. Dann warst du einen Schritt weiter. Das hatte ich dann echt nie. Also bei Koks hatte ich das und bei Tabletten, aber bei Alkohol war nie, dass diese Regelmäßigkeit so doll war, dass ich dann das jeden Tag genommen habe. Es waren halt immer nur diese Wochenenden und das Schlimmste war, nicht nur wie man mit seinem Körper umgeht, was dann für Sachen entstehen, was man für Sachen macht. Ja. Das ist die Hälfte deiner Alben, oder? Ja. Ich habe auch Quartalsweise getrunken, aber ich kam monatelang klar, dann kam irgendwas, ich habe gesoffen und dann irgendwann wurden die Abstände immer länger. Aber die Phasen, wo ich dann getrunken habe, also die Abstände wurden länger, aber dann, wenn ich angefangen habe, die Phasen des Trinkens wurden auch länger. Früher habe ich dann mal gesoffen und dann am drei Wochenende nicht, dann wieder. Und dann irgendwann habe ich sechs Monate nicht getrunken. Wenn ich dann aber angefangen habe, ging es halt mal bis zu 18 Tage am Stück und dann auch jeden Tag anderthalb Liter Wodka und so. und am Ende nur noch klaren, um quasi das immer noch rein zu bekommen. Also richtig ekelhaft Alkoholiker-mäßig und mit Zittern, Schwitzen und irgendwelche Ratten aus dem Dach steigen und so. Und das war dann krass. Also es war nie in meinem Leben so, dass ich über ein Jahr, sage ich mal, in 365-Tage-Jahr 300 Tage getrunken habe oder so. Und das waren immer so, wie gesagt, alle paar Monate und dann ein paar Tage und dann immer wieder klar. Aber das kann ich auch nicht erklären, dieses Quartals, wie das, warum das bei mir so passiert ist. Bist du vorbelast bei der Familie? Mein Vater hat auch getrunken fünf Bierchen so am Abend. Aber über Jahre auch, so 15, 20 Jahre habe ich ihn eigentlich nur so erlebt abends, so vorm Fernseher mit Bierchen. Aber er war jetzt nicht, dass er irgendwie ausfallen wurde oder so. Er war immer total funktioniert, tagsüber und alles und hat auch keine komischen Sprüche gebracht oder war nicht zuverlässig und ihn war immer verlassen. Ich habe das nicht so gesehen, dass er ein Alkoholiker ist. Er war nie beschwipst oder so. Das kam mir nie so vor. Ich habe ja bei dir auch mitbekommen, dass du oft von mir gesprochen hast, oder ob das anders gehört. Du zeigst ja von Alk zu Alk. Von Alk zu Alk. Da hast du ja schon oft die Thematik besprochen. Ja. Von Alk zu Alk wäre kacke. Ja. Alk zu Alk. Vom Alk zum Alk. Ja. Und wie war das dann der Schritt, dass du dir Hilfe gesucht hast? Hast du es vorher auch ohne Hilfe mal probiert? Und was ich wissen will, ist, du hast deine Arbeit oft falsch gemacht, sagte ich du mir und falsch dich positioniert. Aber es gab bei dir auch diese Gewaltsachen, was bei mir eine Riesenrolle gespielt hat in der Jugendheit. Diese Alkolexzesse waren immer gekoppelt mit Gewalt dann danach. Ich hatte ja in meiner Führungsaufsicht stehen, dass ich zehn Jahre durfte ich kein Alkohol trinken. Der Richter sagte, wenn ich Alkohol trinke, handele ich vorsätzlich. Dass ich ab dem Moment kalkuliere, mich in der Gewalttat zu involvieren. Okay. Nee, ich war nie gewaltt. Ich habe vielleicht dreimal in meinem Leben eine Schlickerei irgendwie beigewohnt. Und davon ging es einmal von mir aus, sonst bin ich überhaupt nicht aggressiv geworden. Also eher selbst hast du... Ja, mir, wollte ich gerade sagen, mir selber gegenüber. Ich habe dann nicht irgendwelche Scheiben geschlagen oder so, aber nie Menschen angegriffen. Hast du mal CBD probiert? Zwei, dreimal. Und? Hat nicht geknallt. Hat nicht geknallt. Hat ganz gut geschmeckt. Aber ich brauche das dann direkt und es muss sofort irgendeine Wirkung haben. Nee, habe ich noch nicht probiert. War das mit so Suchtgeschichten, die mit Substanzen nichts zu tun haben? So Kaufsucht oder so. Spielsucht? Nee. Nee, nee, nee. Konsumsucht im Sinne von vielleicht, ich kaufe mir vielleicht ab und zu mal ein paar Schuhe zu viel. Oder vielleicht auch Zuckersucht. Ich meine, ich bin jetzt auch gerade, achte auf meine Ernährung. Aber das ist jetzt das kleinere Übel zum Beispiel. Ich brauche keine Kippen mehr. Ich kiffe nicht mehr. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Jetzt, wenn ich in irgendeine Situation gerate, die ich nicht handeln kann, irgendwie. Und dann, um mich zu stimulieren, mit Glücksgefühlen würde ich halt einen Liter oder ein Kilo Ben & Jerry's Eis essen oder so. Habe ich jetzt in der Studie gesehen, Zucker macht für die Endorphine, für die Synapsen die gleiche Wirkung wie Koks. Ja. Man will auch immer mehr. Und ich bin überzeugt, die ersten Flash. Also wir haben schon mit sieben mal eine Kippe von den Eltern geraucht. Dann geraucht. Das ist ein Kreislauf-Flash. Aber die erste Sucht war, glaube ich, Süßigkeiten. Ich kann mich immer noch erinnern. Ja. Beim Nikolaus, ja. Dieser Teller, der vor der Tür war. Mein Bruder und ich haben jetzt so in einer halben Stunde so, haben die starren Zuckerschub. Wir haben auch immer von anderen die Teller abgeleckt. Das heißt, nicht laut. Hier habe ich schon dran geleckt. Kannst du dich nehmen. Ja, nee, Zucker, ja. Das sind interessante Sachen. Und denke ich auch, man kann es nicht so verteufeln wie Kokain oder Heroin. Aber es ist halt auch mega interessant. Hatten wir schon oft angesprochen, wenn es ein bisschen politischer wurde. Zucker hat ja die ganzen Studien auch den Fett dann dem bösen, dem schwarzen Peter zugeschoben. Aber haben die also verfälscht, diese Studien. Weil in den 70er Jahren wusste man halt schon, was Zucker macht. Per der Raffineriezucker und so. Genau. Ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler. Aber auf jeden Fall bei mir ist es, um auf die Frage nochmal zu kommen, auch so richtig krass. Also ich konsumiere alles irgendwie wie ein Süchtiger. So eine Schokobons-Packung, die genieße ich nicht so. Ich nehme nicht diesen Schokobons und dann nehme ich den so im Mund, lutsche den so. So wie man das eigentlich machen sollte. Sondern ich esse eine Packung, reiße den auf, schiebe den rein, zack, zack, zack. Und in 5 Minuten ist das Ding weg. Und ich habe gar nicht gecheckt, wie das eigentlich schmeckt. Hauptsache ich habe es reingehauen. Ich hatte gestern Schokobons aus der Schweiz, Freunde. Die sind irgendwie noch leckerer. Da schmeißt die Milch so gut schmeckt. Die sollten da noch mehr Variationen draus machen. Das ist das Beste. Es gibt ja die weißen und die normalen. Die sollten das vielleicht nochmal so... Special, Kokos, Crisp. Der Land wird auch mal Schokobons mit Schokoladenheizen brauchen wir auch. Das Zeug ist so gut. Es ist so wie... Rogan meinte ja letztens auch, dass Videospiele eines der größten Probleme der Gesellschaft sind heutzutage für Kinder und Jugendliche. Ja. Und der Grund dafür... Speziell Videospiele. Der Grund, warum das so ist, sag ich, der ist, weil es einfach so geil ist. Das ist ja auch immer geiler. Du bist ja in dieser Welt drin auf einmal. In 10, 20 Jahren. Was glaubst du, was da los ist, Mann? Hm. Du sitzt da mit deiner VR-Brille da. Ich habe sowas noch nie gemacht. Virtual Reality. Das ist ja jetzt schon. Nicht in 20 Jahren. Ja, aber dann ist ja richtig krass. Ja. Dann werden wir uns jetzt auch gar nicht mehr treffen. Sondern ich bleibe zu Hause an meinem Fisch sitzen. Setze mir die Brille auf und dann sitze ich jeweils. Wir sind die letzte Generation vielleicht, die auf der Straße gespielt hat. Ja, das ist tatsächlich. Und wir hatten gestern auch das Gespräch mit Bewegung. Voll wichtig. Und ich glaube auch. Umso mehr du dann in die Kiste guckst, umso weniger Bewegung haben die, ja. Und ich habe, glaube ich, da war Onkel B. dabei. Wir haben auch diesen lustigen Film vor einigen Jahren gesehen. Da waren wir mit Arzt auf einer Premiere. So Virtual Player, Player One. Ja, Virtual Player One. Ja, da ging es ja exakt um das. Da war die Welt so 50 Jahre später. Alle leben in Baracken, unmenschlich. Die Arbeiter. Aber alle haben Computer. Und sind in der bunten Welt. Und alles gut, virtuell. Ey. Und so kleine Kinder durchschauende, so brechen sie raus aus der Marken. Ja, so wird es sein. Man kann es leider nicht verhindern. Was heißt leider? So ist das immer. Ja, also du redest ja definitiv gerade, Bruder. Als hättest du eine Kristallkugel zu Hause. So wird es sein. Es wird so sein. Wir hoffen ja, dass es nicht der Fall ist. Weißt du? Es gibt ja ganz viele alarmierende Sachen gerade, was es angeht. Die vor 300 Jahren haben auch gesagt, oh mein Gott. In 300 Jahren wird man nicht nur mit einer Kutsche 85 Tage um die Welt fahren, um diesen Brief vorbeizubringen. Sondern dann wird man das mit dem Knopftot machen. Und die werden wahrscheinlich auf dem Scheiterhaufen gelandet. Und auf keinen Fall. So weit wird es niemals kommen und so. Ich glaube schon, dass die Welt einfach so programmiert ist jetzt mit diesen Mikrochips im Gehirn und Tesla-Boss und so. Der wird auch diesen Mikrochip, der die Krankheiten regulieren kann und so. Guck mich nicht an, das ist ein bisschen zu mir. Hast du das schon gehört? Nö, wundert mich jetzt nicht, aber... Der Tesla-Boss, der hat so einen Mikrochip für das Gehirn erfunden. Elon. Elon Musk da. Ja. Tesla kenne ich echt nur, habe ich mich zum ersten Mal beschäftigt auf BSI. Nein, wer hat das oft genervt? Wie Tesla? Nein, 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 warte mal. Tesla, erstmal anderen für sich, war Nikola Tesla ein Wissenschaftler, der ist schon lange tot. Ja, aber was er meint, ist Elon Musk, der hat eine Automobilfirma, die Tesla heißt. Tesla Motors. Okay. Das sind diese Autos, die hier rumfahren, die Hybrid-Autos, weil sie die auch alleine schon fahren können, ohne dass du überhaupt den Lenker anfasst. Kannst du dich an eine Punchline? Das ist auch der Typ, der PayPal erfunden hat. Ah, okay. Der ist ganz groß in diesem Money-Game. Kannst du dich noch an eine Punchline von dir erinnern auf euren Album, wie Tesla? Ja, ich meine den echten. Und was hast du da gesagt, bitte? Das weiß ich nicht mehr. Aber Tesla war auf jeden Fall ein revolutionärer Kopf. Also der hat ganz viel Wissenschaftliches, auch in Richtung Energiegewinnung und so weiter, hat sehr große Beziehungen auch zu den damaligen elitären Gruppen gehabt und so weiter. Er war ein sehr hochrangiger Wissenschaftler. Stimmt es oder bringt wieder ein gefährliches Halt ein bisschen miteinander? Hat Tesla aber nicht gesagt, er will, dass die Menschen dafür ohne Entgeltung profitieren? Er hat auf jeden Fall an einer freien Energieform gearbeitet, sagt das Gerücht. Aber wie weit das jetzt gekommen ist, weiß ich nicht. Ah, Tesla und Kameradick kriegen wir noch nicht alles mit. Nein, ich glaube auf jeden Fall, dass das Ende der Fahnensteine der Evolution und des technischen Fortschritts ja noch lange nicht erreicht ist. Wenn man jetzt 50 Jahre zurückblickt, was es da alles noch nicht gab und was es jetzt alles gibt und wie schnell das geht. Die Technik wird immer doller, aber wir entfernen uns immer mehr von Gott und von den Werten. Also es gibt so viele Sklaven wie noch nie. Die Welt wird ja nicht besser, aber man denkt nur, die Technik bringt auch die besseren Sachen in die Gesellschaft, in die Welt. Aber meistens wird ja nur gegen irgendwas benutzt. Der Mensch weiß es halt einfach nicht besser. Ich weiß es ja auch nicht besser. Ich weiß ja auch von nichts. Ich lebe ja auch nur meinen Kosmos. Wo wir jetzt gerade bei Videospielen sind, ich habe mir jetzt wieder die ganz alten Dinger geholt. Nintendo, Super Nintendo, Playstation 1, Playstation 2, diese ganz alten Sachen. Und zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht, spiele ich so ganz alte Spiele, die ich so als 10-, 12-Jähriger gespielt habe. Und dann fühle ich mich wieder so wie damals und somit vergesse ich die eigentlichen Sorgen. Also ich blieb mich dann nicht durchs Kiffen weg oder so. Sondern ich spiele dann wieder diese alten Sachen und fühle mich wieder wie so der kleine Junge im Kinderzimmer. Und dann geht es mir wieder besser und dann sammle ich dadurch neue Kraft. Also das ist für mich so ein Videospiel. Ich bin jetzt nicht in irgendwelchen Gilden und so. Und das ist nicht mehr meine Generation, oder? Fühle ich dich total. So mache ich es mit 80er-Jahre-Filmen mit Mucke. Ja, voll krass. Und jetzt weiß ich noch, du sagst, du weißt auch nicht viel. Deswegen hast du genannt, nur weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber wie exzessiv sind die Videospielsätze? Ist das auch mal eine Sucht? Nee, nicht wirklich. Nicht? Pro Tag, wie viele Stunden, wenn überhaupt? Wenn überhaupt, ja. Wenn überhaupt mal, sind es mal drei Stunden. Und viele Tage auch einfach nicht, weil die Zeit nicht da ist. Ja, dieses Ding ist halt so, auch sogar jetzt, wo wir bei dem Thema sind. Elon Musk hat ja auch beim Rogan-Podcast gesagt, dass er der Meinung ist, dass diese Videospiele-Geschichte und so weiter, weil sie ja auch mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz natürlich Hand in Hand ... ... Weißt du, das ist halt die größte oder eine der größten Gefahren der Menschheit. Das sagt der Bruder selber. Weißt du, was ich meine? Da ist schon was dran, glaube ich. Ich glaube, in China gibt es mittlerweile irgendwie 700.000, 800.000 super süchtige Kinder, die in militärischen Trainingslagern wieder umerzogen werden müssen, damit sie überhaupt dein Leben teilhaben können. Ja. So, in Skandinavien, irgendwo Dänemark oder so, haben sie Lootboxen verboten. Was sind Lootboxen? Lootboxen, wenn du halt ein Spiel spielst, so Fortnite oder was weiß ich nicht, da kriegst du ja dann immer so Belohnungen dafür, dass du immer weiterkommst. Also das sind dann Skins oder irgendwie irgendwas für deine Waffe oder keine Ahnung. Das ziehst du immer aus so einer Box draus. Das ist so wie so eine Lotterie, weißt du so? Ja. Und dieses Lotterieverfahren, das macht richtig. Die wollen halt so mehr. Im Prinzip. Ja. Und das haben die dann als so gefährlich eingestuft, dass sie das teilweise halt sogar in manchen Ländern verbieten heutzutage. Verstehe. Also ich sehe da schon auf jeden Fall ein ganz großes Gefahrenpotenzial, aber das geht dann nicht von der Technologie aus, finde ich, sondern halt eher von den Menschen dahinter. Ja. Immer eigentlich. Ich habe mir vollkommen recht. Man könnte das alles ja nutzen, um Positives zu gewinnen. Das hat man bestätigt. Das wird aber meistens umgekehrt genutzt, ja. Das ist halt so. Der Mensch ist... Ich bin ja echt schlecht und ich stelle mich ja auch nicht blöder als ich bin. Die Atommombe hat Albert Einstein erfunden, oder? Das glaube ich nicht. Der Atom... Wer war denn so geschockt, dass er diese Erfindung gehabt hat? Meines Erachtens hat einer gesagt, es war das Schlimmste, was ich erfunden hatte, der die Atomspieler hat. Also Albert Einstein weiß ich, weil ich am Wochenende Trouble Pursuit gespielt habe mit meiner Familie. Und das war so eine Edition von 85. Ich konnte fast keine Frage beantworten. Das war richtig schwer, weil das ist 35 Jahre alt gewesen. Und da war auch eine Frage, dass Albert Einstein das damals den Entwicklern geraten hat. Er meinte, guckt auf jeden Fall, dass ihr da weiter forscht, weil das eine gute Sache ist in der Kriegsführung. Und das einfach... Ach, doch. Da wird ganz anders drauf. Ich weiß jetzt aber nicht, wen das geraten hat. Der Sowjetunion oder den Japanern oder ich... Das weiß ich jetzt nicht mehr. Die auf jeden Fall zuerst damit rumexperimentiert haben, müsste man sich mal schauen. Ich meine, guck mal, wenn wir die Technologie benutzen dafür würden, um diesen Planeten wieder aufzubauen, dann wäre die Technologie unser bester Freund. Stimmt. Aber wenn die Leute raffgierig sind im Hintergrund und alles dafür machen, sich immer nur zu bereichern, dann werden sie natürlich auch die Technologie gegen uns benutzen. Ist ja wohl selbstverständlich... Leider ist... Sorry, die Lebenszeit wird jedes Jahr begrenzt. Jeder hat so seine 80 Jahre, wenn es gut ist. Und in der Zeit will er halt so viel Geld wie möglich beiseite schaffen, um halt nicht in Gefahr zu laufen, zu verhungern. Das ist einfach nur der Überlebensinstinkt und der basiert halt einfach auf mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Und dann gibt es natürlich so ein paar Lichtblicke an Menschen, die wirklich selbstlos sind und sagen, hier muss was passieren, aber es sind zu wenige. Ich bin auch kein Weltretter. Ich will die Welt auch nicht retten, muss ich leider auch sagen. Ich bin auch unachtsam oder beim Thema Mülltrennung oder was weiß ich. Oder wo könnte ich die Welt in klein verbessern? Ich könnte meinen Müll trennen, ich könnte einfach meine Mitmenschen... Ich könnte netter zu meinen Mitmenschen sein, das versuche ich auch zu praktizieren, keinen abzuziehen. So, aber was kann ich jetzt als Einzelner bewirken, spenden oder was würdet ihr sagen? Was macht ihr denn für eine bessere Welt? Also außer drüber zu sprechen. Ich glaube erstmal, das ist der Fluch, weil wir alle so denken, das käme ich vielleicht wieder. Aber wenn tausend kleine Teilchen alles was denken und sich zusammentun, ist eine große Einheit. Ja, das stimmt. Du weißt, ein Finger, kratzig dich. Zwei Finger, ein bisschen. Dritte ist schon. Dann weiß ich aber, was für eine Faust ist. Das wird eine Bombe. Also ich finde schon, ein paar Sachen kann man... Hey! Ein paar Sachen kann man schon... Also finde ich so... Ich fand das schön, was der Bruder Silo einmal sagte. Immer vor seinen Kreisen, vor seiner Ausführung, immer da anfangen in seinem eigenem Umfeld. Der Bruder B sagt auch immer, wenn du in Verschwörung gehen willst, guck mit der Politik, guck dein eigenes Umfeld an. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Klar, der kleinste Teil, der setzt groß in Bewegung. Das fängt ja nur bei einem selber an. Weil wenn man immer sagt, ihr müsst, du musst, du musst... Das ist auch zum Beispiel in der Suchttherapie so, wenn dir jetzt einer die ganze Zeit Tipps gibt. Ja, nee, du musst so und so machen. Es ist immer viel schöner, wenn man hört, bei mir ist das so und so. Also wenn man so von sich erzählt, wenn jeder seine Erfahrungen so teilt. Und wenn man dann einfach irgendwie positive Sachen teilt aus seinem Umfeld oder was einem geholfen hat. Und dann kann man viel besser Sachen aufnehmen, als immer mit dem Finger auf andere sozusagen, sage ich mal. Ich meine, diese ganze Suchtfrage und also bei dir ist es Sucht, bei anderen Leuten ist es was anderes. Hat doch meistens auch irgendwie in der Kindheit seine Quelle. Also ich habe kaum jemanden in meinem Leben kennengelernt, außer die, die halt nicht von ihrer Kindheit erzählen wollten, wo mir nicht nach zehn Minuten klar wurde, warum der so ist wie er ist. Weißt du, wenn du so ein bisschen so in die frühe Kindheit gehst und guckst, wie das Verhältnis ist mit den Eltern oder das Aufwachsen, das Umfeld oder eine Kombination aus allem, da kommst du schnell zu den Ergebnissen, warum Leute ausgreifen. Und wenn du da so eine Stabilität hast, dann ist es halt auch ein bisschen schwieriger, dich aus der Bahn zu bekommen, habe ich das Gefühl, bei vielen Leuten gehabt. Und die Leute, die da ein bisschen ekliger aufgewachsen sind, gibt es ja auch natürlich die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Es gibt ja auch immer Leute, die zum Beispiel aus Missbrauchumfeldern kommen, selber aber sowas dann nicht mehr gemacht werden. Sie haben sich da voll dagegen positioniert. Es gibt Leute, die kommen aus harten Drogensuchtfamilien und haben dann eine Drogenfamilie. Aber ich kenne mehr Leute, die aus Drogensucht kommen, die selber drogensüchtig sind. Ich kenne mehr Leute, die aus Missbrauch kommen, die selber missbraucht haben. Also diesen Teufelskreis aufzubrechen, an und für sich, ist ein sehr, sehr unterschätzter Faktor. Und ich finde, die Leute, die das schaffen, die haben wirklich zehnfach mehr Respekt verdient auch. Da sollte man nur einmal noch mal applaudieren. Da muss ich sagen, da ziehe ich den Hut und ich ziehe nicht oft den Hut vor Menschen. Ich bin sehr menschenzettelnd. Also mir gefällt das nicht, was hier so im Großen und Ganzen vor sich geht, wenn ich auf die Straße gucke. Aber da muss ich sagen, da ziehe ich den Hut und dann Pro. Ja. Bei mir war es so, mein Vater zum Beispiel, der hat nie gesagt, das hast du gut gemacht, mein Sohn, oder der hat nie irgendwas gefördert von mir. Der war einfach da und der hat halt den Ernährer der Familie markiert. Und das war auch alles super im Häuschen und in Marienfelde unten. Und das wäre zum Beispiel etwas, wenn ich weiß nicht, ob du das meint, im Teufelskreis zu sprechen, wenn ich jetzt ein Kind kriege, sodass ich halt diese Sachen nicht mache, sondern eben halt dieses Gefühl von, du bist wertig, du bist gut in dem, was du machst. Und nur bei den Kleinigkeiten schon sagen, ey, super, mein Sohn. Und ich bin stolz auf dich. So einfach mal so was Warmes sagen oder in den Sportverein schicken. Und auch wenn es nicht passt, dann irgendwie gucken, einfach aufmerksam zu fragen, wie geht es dir denn überhaupt? Und das wären so Sachen. Wo ich jetzt auch sage, da würde ich jetzt auch das versuchen, weil ich habe das erkannt und auch durch viele Gespräche und würde dann halt versuchen, nicht so ignorant zu sein. Und dann irgendwie mein Kind zum Besseren zu erziehen. Ich würde ja nicht sagen, dass ich jetzt ein verdorbener Mensch bin oder so. Aber ich habe mir halt dann diese Bestätigung woanders geholt. Dieses, du bist schon gut, so wie du bist und so. Und das war halt, wenn du dir eine halbe Flasche Jägermeister auf extrem ballerst, dann ist aber die Welt auf einmal schön bunt und dann bist du auf einmal cool irgendwie und passt schon alles. Und da ist die Gefahr. Da ist die Gefahr. Sehr weise Worte, sehr richtig. Was ich auch noch mal gerade überlegt habe, ist, ich glaube bei uns, das kann ich sagen Deutschen, das gibt es auch bei nicht Deutschen, aber bei uns viel mit dem Alkohol war auch genug Mikro. Wenn du von klein auf siehst, die Großen trinken Alkohol, du nimmst dann sehr jung, wir waren echt elf, zwölf, ja, und dann trinkst du auch und es ist nicht verpönt. Und du weißt noch, ah, das sind die Junkies, die Heroin auf Frauen. Ja, Kiffen ist so gut. Das hat man schon mal, habe ich da nicht so viel mitbekommen in der Kindheit, aber Alkohol habe auch Verwandte in Bayern und so. Und dann ist das voll legitim und man guckt sich dann schon was ab. Man guckt sich was ab. Ich habe mir was in den Filmen abgeguckt. Ich habe damals Minus Society geguckt und ich wollte ungefähr vier Jahre lang, wollte ich so wie O-Dog sein. Willst du Schieblogger? Ich habe mir so diese Dickies O-Dog Double League geholt, dann gab es diese Einglieder San Miguel Bierflaschen, dann bei Gepäcke Hoffmann. So was habe ich mal voll rebelliert. Und dann habe ich mich gefreut, dass es endlich mal diese Einglieder Bierflaschen gab und so. Also ich dachte, das ist immer in den Filmen ja. Aldi hat die verkauft, den Old-English-Spieler. Das war Alkohol Fusel. Aldi hat den Fusel aus Amerika gekauft, wie Champagner bei Ghetto-Stars. Das war wie so eine Ghetto-Trophäe. Dieses Einglieder Bier. Man hat sich so cool gefühlt. Bei Depot 2 am Kotti gab es auch ein richtiger Old-English. 40 Unzen oder wie die heißen. Vorher. Und dann haben sie noch die Original Philipplands gehabt. Das habe ich bei Kids ganz normal gemacht. Ja, bei Kids, die den Skater zusammen sind. Genau. Und dann dreht er sich. Der sieht so spielerisch aus. Der macht den so auf. Kippt das alles raus. Dreht einfach die Knollen da rein. Macht das so zu. Ich habe das in meinem Leben nie so hinbekommen. Meine Panser noch mal aussuchen. Die sind auseinandergefallen. Der nächste Gangster-Move des Lebens. Wildster Van. Grüß dein Homie. Wildster Van. hat Center Shops B und Silla für 2 Euro verkauft. Respekt dafür. Center Shops B und Silla. Wie heißen die kleinen Saugen? Die sind jetzt für 10 Cent. Gott sei Dank. Ich wäre genauso gewesen Silla. Mir ging es sehr los. Auch schon in 80 Jahren. Und dann aber mein Vater auch damals schon so. Hat mir auch ganz schnell vermittelt. Dass ich das nicht kaufen muss. Dass es Idioten sind. Dass sie damit nur Geld machen. Und dass man es machen kann. Ja. War nicht so aus. Die Writer waren ja eher immer so. Wir sind ja rumgelaufen. Ja, so wie. Ja, du weißt doch so. Das Dänky kam ja wieder ganz spät, wo ich so dick wurde. Damals, weißt du doch. Mich haben es American History X manchmal gehört. Und Bomberjagd. Ja, ja. 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 Lustige Zeiten. Du musst gerade schon schmunzeln. Schmunzeln war Old English. Weil das war echt ein Fude. Das wusste ich. Und mir hatten auch immer Leute gesagt, dass Caterpillar und Kart und so Arbeiterfirmen sind. Ja, denke ich so. Und dann habe ich dann, als ich dann die Dauntiv-Absen kennengelernt habe, mit den Superstar-Hassel. Und diese ganzen Arbeiterkremotten, die wurden zu so teuren Preisen verkauft gehen. Meine Mutter sagt immer, wenn ich dir das kaufe, müsste mein Herz ein Affe sein. Das war einer meiner ersten Jobs. Da habe ich in der Mini-City gearbeitet. Genau. Ja, da war ich 15 Jahre alt. Da habe ich deine Hosen vertickt. Das ist aus Hause vor. Sag mal Zeit, bitte. Zeit, ja. Ja, 90er. 90er, genau. 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 Mini-City, genau. Mini-City, da haben sie immer Dickies und Karrat und diesen ganzen Kram. Da war ein Stanggas. Ja, das war so diese Zeit. Papa hat mir die Lakers ja gekauft, zum Geburtstag mit 10. Er hat gesagt, alle wollen die Jacke haben. Die gebe ich dir nicht, wenn du sie wegnehmen lässt. Da war ja also ein Statussymbol aufgefasst. Und diese Schuhe, für die würde ich heute sterben. SPX, PK, British Nights. Geil. Meine Mama hat mir auch... Ich bin, das ist ja interessant. Weißt du noch, du hast sicherlich... Hast du einen Perser zufällig da gearbeitet? Nein, das hat er nie reingehört. Das waren alles... Genau, das sind alles Kumpels von mir. Grüße an Gasini, mein Bruder. I love you. Danke für die Rap-Logs, die die letzten Rap-Logs haben Gasini von Kings. Und diese Läden hatten auch immer, weiß ja B, wahrscheinlich war B der Typ, hast ja auch scheinende Basebook, weil du musst mal gucken, dass die die Kälte nicht abziehen haben. Nein. Das war aber eine Hip-Hop-Läden. Die hatten auch ein paar Fake-Sachen. So gute... Nee, aber wisst ihr nicht immer, bei den Dosenläden, so Downstairs, White-Style-Band-Shop, da waren immer ein paar Leute, die geguckt haben, dass die Kunden nicht abgezogen werden. Also keine Mythe. Nächste. Ja, an der Stelle, wenn wir gerade nur über Downstairs, die ganz alte Zeit, ich habe mal wieder ein riesen Gerücht geschreut, er ist 12 Zentimeter, nicht 16, jetzt alt oder alt. Er erpresst mich, jetzt kann er mich nicht erpressen. Nein. Ich hatte eine Geschichte erzählt, die hatte ich auch schon tausendmal gehört, hatte die auch eigentlich sehr ohne Bewertung erzählt, aber obwohl der Bruder Spreich hat angerufen, Flair hat jetzt ja nicht mal dementiert, nicht zugesagt, nicht gesagt, was er gemacht hat, aber das Spreiche wurde wohl nie von Flair angegriffen. Okay. Wir haben Spreiche hat gesagt, ja, das höre ich so und dann, ich muss auch mal zugeben, wenn ich was falsch mache, habe ich wohl ein Falsches durchgeschreut. Okay. Aber meine Ex ist immer noch völlig schlampe. Okay. Haben wir das auch geklärt. Cool gewesen, ja. Aber Selle, Alter, das ist kein Süßortraspel, ich will auch nicht immer der Popsgeber sein, aber dafür, dass du, ich weiß, weil du bist ein ehrlicher Hauptführer, bist sehr ehrlich, ich habe auch in den ganzen Thematiken umgegangen, also weiß ich, dass wir vorhin auch, das habe ich bei dir überhaupt kein Gefühl, ohne Stoff hast du einen richtig dicken Arm, Homi. Ja, ich trainiere wieder seit sechster Woche jetzt, bin wieder dabei, 300 Gramm Eiweiß am Tag. Hast du auch immer Kraft-3-Kampf gemacht oder immer nur Body? Nur Bodybuilding. Kampfsport mal gemacht? Nein. Ich brauche die Art zu machen, so ein Tap-out-T-Shirt war, wie Ladies, wie ein Tumper. Das ist mein Trick, hast du geglaubt? Ich habe mal ein halbes Jahr auch so UFC geguckt und so, aber ich bin echt, was das angeht so, also ich war auch mal beim Kampfsport, beim Kickboxen, Probetraining und so, aber das war nicht mein Ding, allein schon beim Seilspringen. Ich habe, ich denke, ich kriege eine Wiederholung beim Seilspringen. Ich bin so unten und oben gleichzeitig, das ist für mich klar. Ich bin richtiger Drogenmotoriker, deswegen die Gewichte durch die Gegend schmeißen, das ist für mich richtig perfekt und dann hört es auch so. Das ist cool. Und Fahrradfahren, ich fahre Fahrrad wie ein Weltmeister, habe jetzt fünf Jahre keinen Führerschein und ich fahre, bin auch gerade aus Tempelhof hergekommen. Aber du bist ja sowieso auch ein Schwergewichtler. Ja. Vielleicht sogar Superschreck. Als Boxer wärst du Superschwergewicht. Ja. Was fliegst du? 116. 116? Mein Bruder gestern, ATB, hat er auch gesagt, er ist auch Superschwerer. Haben wir dann analysiert, ab 102 Superschweren Boxen, oder? 110, glaube ich. Okay. Du boxt, oder? Ich mache alles. Ja, aber die Gewichtklassen sind unterschiedlich. Also jemand, der beim Boxen Superschwergewicht ist, ist beim MMA ganz normal. Okay. Brock Lesnar war doch auch so ein 140 Kilo Arzt. Ja. Brock Lesnar, der war am Limit. 265 Pfund, müssten dann halt über 120 sein. Ja. Aber die musst du halt halten. Deswegen dehydrieren die auch. Vor dem Kampf. Weißt du? Die dehydrieren dann halt so, die letzten drei Tage wird sehr heftig für viele Leute, wenn sie dann mal irgendwie 15 Pfund verlieren müssen. Und dann haben sie einen Tag Zeit, um sich alles wieder halt so rauf zu trinken. Da kommt dann die Elektro-Rüte und alles wieder zurück. Mhm. Und viele benutzen das als Gewichtsvorteil. Krass. Ja. Heftig. Also ich habe mit Boxsport oder so, ich habe noch einmal mit der Liga dieses Zitat. Ich fange erst an, die Crunches zu zählen, wenn es anfängt wehzutun. Das habe ich mir auch fürs Fitness übernommen manchmal bei den Erholungen. So erst wenn es weh tut, dann nochmal drei. Ja. Weil sonst ist Kinderkacke so. Ja. Ein bisschen so, die Mentalitäten sind gemixt und so. Ich bin ja open-minded auch so. Ich bin ja sehr sportinteressiert. aber selber spielen und so. Ja. Basketball, Bodybuilding ist so. Basketball auch? Ja, Basketball. Aber auch in Freizeit, nur so ein Prozent zu haben. Und das kriegst du noch hin mit deiner Masse? So ein Rebound zu haben. Ja, klar. Check it, check it. Check it. Ja, ja. Ja, ja. Ein krasser Typ. Das ist ja mit seiner Größe überhaupt. Also Leute, die zwei Meter 16 sind oder so, normalerweise können sie nicht mal ordentlich laufen. Das ist zu groß für die Welt. Der war einfach auch ein Maturtalent. Der hat ja auch wenig trainiert, sagt man. Und der hat ja einfach ausgeruht auf seiner Größe. Und irgendwie hat er ein Gespräch gehabt oder so. Ja. Jetzt wo du gerade das angesprochen hast, aber hier mit Speiche und Flair und so weiter. Flair hat dir ein Kompliment gemacht. Mir? Ja. Tatsache. Ja. Seid ihr gut wieder an der Galle? Nein. Also kein Kontakt seit fünf Jahren. Nicht gesehen. Ach, wirklich? Ja. Das ist auf der, also bei der normalen Version von unserem Real Talk, da war das nicht zu sehen. Das war für Patreon only so. Wir haben ja so ein zweites Segment, was auf Patreon rauskommt. Ah. Da ist es ein bisschen länger. Da wird es die Fanfragen. Mhm. Und da wurde er gefragt, wer der talentierteste Ex-Maskulin-Rapper wäre. Und dann meinte er, das wäre sie da gewesen. Super. Du hast das größte Gesamtpaket wohl mitgebracht insgesamt. Ja. Und da ist dein Name und dein Gefallen. Ich wusste nicht, wie euer Verhältnis ist. Ja. Ja. Es gibt keins mehr. Also da ist so viel vorgefallen, da ist so viel passiert, dass wir da einfach fünf Jahre gebrochen haben. Aber habt ihr nicht noch Kontakt? Ihr habt noch gemeinsamer Projekt, du musst noch Ausschüttung bekommen, oder? Nee, nee. Das wurde damals alles geklärt. Das wurde damals bei Papa Ari alles geklärt. Bei Papa Ari? Ja, wirklich. Nee, da bin ich ja zu Ganji gegangen, zu Major Moves. Und dann kam ich beim Maskulin nicht aus dem Vertrag. Und dann haben wir das einmal bei Papa Ari tatsächlich am Tisch geklärt. Außenkräfte. Ja, ja. Und ich hatte ja noch offene Zahlen, was ich kriegen sollte. Dann haben wir uns auf einen Fixbetrag geeinigt. Und ich habe die Albenrechte, durfte ich mit zu Major Moves nehmen. Also letzten Endes war das dann eine relativ saubere Trennung. Man hat es geklärt. So ist es halt. Verträge. Nervig. Wir konnten es dann aber klären. Und das war so der letzte Stand auch. Und dann hatten wir einmal noch kurz Kontakt vor drei Jahren, als bei mir dann diese große, wo ich da kurz im Gefängnis war, die eine Nacht und so. Da war eine kurze Freezilla-Kampagne im Internet. So, wo Farid, Bang, Flair, alle Freezilla geschautet haben. Da hatten wir ganz kurz dann wieder Kontakt. So einfach nur, wie so der Stand ist. Aber das war es. Ich bin auch ein relativ, sagen wir es mal so, da ist wohl kein Kröll mehr. Aber ich bin ein relativ nachtragender Mensch. So wenn einer gegen mich so geschossen hat, irgendwie mal. Und irgendwie so Sachen gesagt hat. Mir hat er so verziehen. Ich kann das dann schwer verziehen. Hatten Sie mal? Ja, weißt du einmal, wo ich dann eigentlich mehr mit Flissi-Streit hatte? Du warst schon, wo Chate ist sauer auf mich. Er sagte, Frank, Flair ist seit anderthalb Jahren nicht mehr Südberlin-Maskulin. Ja. Da hatte ich gar keine Ahnung mehr vom Leben und hatte ich eben den Südberlin-Kram da. Ja. Dass es mit Giat und Flair war und dann irgendwann noch einmal. Hatten wir uns aber auch schon mal ausgesprochen. Ach so, stimmt. Da haben wir sogar noch geredet. Jetzt weiß ich mir auch keinen. Ja, klar. Stimmt. Gab es da wirklich unter der Gürtel-Linie bei euch? Bei uns beiden? Nee, bei dir nicht. Bei uns ging es voll ab. Bei die Natenwärter. Bei dir ging es nur um die Waffe. Herr Langwitz hat gebrannt. Herr Gürtentier. Herr Langwitz hat gebrannt. Herr Langwitz hat gebrannt. Nee, ja. War schon so richtig Referente veröffentlicht damals. Das war schon irgendwie uncool. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Aber viele Leute auch. Die haben ja alle dann gegen mich geschossen. Ach wirklich, ja? Ja, okay. Diese Telefonanlage, da meinst du aber da, wo du besoffen aufgenommen hast, ne? Ja, ja. Die Placke da. Der DB könnte zehn Jahre mit Leuten bescheiden. Irgendwann sagt der Bruder, da hast du meine Privatgemacht. Das habe ich andere gemacht. Nee. Das ist aber der neue Move. Aufnehmen. Ja. Aufnehmen. Aber schwammelüber jetzt. Das ist auch wirklich... Ich habe keinen toll mehr so, aber es ist so... Wie gesagt, ich war gestern so Sachen auch nicht und dann... Ich mache einfach mein Ding so und mit Leuten, die mir wohlgesonnen sind und immer waren. Und ich würde nicht für Fame oder kurzzeitige Erfolgsaussichten meine Prinzipien an den Füßen treten oder sagen, ah, da sehe ich jetzt mal drüber hinweg, weil es bringt mir jetzt in der Sicht... Das würde mir jetzt einen Vorteil bringen oder so. Wenn man jetzt mal wieder irgendwie einen Reunion-Track macht oder einfach so auf irgendeine Basis. Das ist nicht mein Ding. Mhm. Die anderen Jungs, die du angesprochen hast auch, da gibst du wahrscheinlich dann auch kein gutes Verhältnis, ne? Jalil, Sentin... Jalil, wir haben uns dann auch mal bei Twitter dann so angenähert und dann war auch alles gut. Aber ich glaube, die wollten auch damals zu Sentin, Jalil, die haben dann so Sprüche gemacht, als die an vieler Seite waren, um wahrscheinlich irgendwie die Gunst von ihm zu gewinnen, weil die ja auch sich beim Label Freiheiten erhofft haben oder irgendwie was machen zu können. Mhm. Und ich habe mich ja selber darin gesehen. Ich war ja bei Maskulin damals auch, dann bin ich auch gegen Farid den Kollegah gegangen und so. Da wollte ich ja auch mir ein gutes Standing innerhalb des Maskulinworts, das sage ich mal, erarbeiten, einfach um die Loyalität zu zeigen, um gewissermaßen halt dann auch Sachen machen zu können, ohne mal eine Liebe vorgeschoben zu kriegen. Deswegen kann ich die Jungs auf der einen Seite verstehen, aber trotzdem, ich merke mir sowas. Irgendwie so gesagte Sachen, finde ich, die sind irgendwie nicht zurücknehmbar für mich, in meinem Universum. Und deswegen ist da auch, also will ich jetzt auch auf die Leute keinen Schritt zugehen oder so, ne? Es ist jetzt überhaupt keine bösartige Stimmung oder so, ne? Aber ich vergesse das nicht und weil die Leute sich da auch über meinen, haben sich da lustig gemacht. Und irgendwie bin ich da, wie gesagt, ähm... War das vielleicht ganz privates Gespräch, was sie ausgestrahlt haben? Hat gerade es zufällig aufgenommen oder war es eine Falle, dieses besagte Gespräch? Also war das schon vorher geplant, sich zu reformieren oder war es ein Zufall, was viele haben? Hat die Bimi auch eingebaut, mal so eine App zum Aufnehmen? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh mein Gott! I am so done with this stupid game! You lost everything! Ja, wo sie sich lustig gemacht haben über dich, war das in dieser Reality-TV-Zeit da? Ne, ne, davor schon. Das war davor schon. Ja, das mit der Reality-TV-Zeit, das würde ich keinem übernehmen, weil ich da lustig gemacht habe. Das gehörte... Ich hab ein Bedenken! Mittlerweile schon. Also, was ich da gesehen habe, oder wie ich die Sache gesehen habe, also nicht mit klarem Verstand. Warst du drauf, oder? Warst du gesoffen zu der Zeit? Ne. Danach, ja, aus Scham. Als ich dann wusste, welche Fälle mir alle weggeschwommen sind und erst mal realisiert habe, was ich da gemacht habe, dann habe ich gesoffen. Was meinst du mit Fällen weggeschwommen? Ich verstehe mich. Sagt man das nicht so? Ich verstehe es mal nicht. Naja, so viele Leute haben sich ja von mir abgehauen. Achso, oder welche, dass du dir ja viel verbaut hast. Ja, ja, genau. Wurdest du da reingedrängt, oder so, in diese Sache? Oder war das wirklich dein privater Wunsch, so eine Reality-TV-Sache? Wo war denn Baby auf welchem Sender mit Privatverfahren? Nein, nein, das war nur bei YouTube. Ich dachte mir halt, schlechte Promo, oder Promo ist Promo. Einfach, wir zeigen einen Einblick aus unserem Leben. Und es ging halt nach hinten los. Es war halt peinlich. Es sah halt scheiße aus. Es war einfach daneben. Es hat nichts mit Rap zu tun. Und es war... Also deine Idee. Schuss im Offen. So eine Leute feiere ich. Wenn man was verzapft hat, oder was nicht cooles macht, die Allerzfarben darüber zu reden. Ja, habe ich verkackt. Ja, das ist ja leider so. Ich weiß nicht, ob es meine Idee war, dass es dann so ein Zusammenspiel damals entstanden war. Aber frag mich nicht, weil... Manchmal wird man vom Manager dann sowas reingedrängt. Nee, Manager. Ich habe meinen eigenen Manager sozusagen. Aber ich habe noch nie einen gehabt, der mir irgendwie was sagt. Und das... Was gut gewesen wäre in dem Fall vielleicht. Aber das ist ja jemand. Ich habe einen guten Manager gehabt. Ja, genau. Also was wir auch hinter den Kulissen auch sich gefragt hatten. Wir dachten ja auch, du hättest deine Alte gesmacked und wärst deswegen halt an der Gitter gelandet. Echt? Nee. So? Und du dementierst? Das ist ja gar nicht passiert. Ich dementiere das auch. Voll richtig. Das ist bei allen hängen geblieben, ja? Echt? Naja, du weißt doch, diese Überschrift. Weil Polizei verhaftet Rapper. Nein, ich hatte auch immer... Und das war eigentlich so... Vor allem, der sich nicht so mit der Matrix auskennt. Da dachte man nur, dass du das nicht... Ich hatte auch richtig Probleme. Dann sollte heute eine Tour geplant werden. Und in Berlin, glaube ich, in Schlesien, wie heißt der Club? Bido? Bido. Bido. Bido gibt's. Die meinten dann, nee, hier Frauenschläger und so. Da gibt man hier eine Plattform. Und so ist das so krass, weil das kommt. Heuchler, ich war auch da schon. Nee, ich konnte es vor Gerichte abwehren, dass es nicht so war. Ich beweise und alles. Es ist noch nie passiert. Die Geschichte dahinter ist, dass ich auf Ibiza war, habe ein Video gedreht zu Barrio mit Julian Williams. Was ja auch nochmal ein ganz eigenes Kapitel ist. Julian Williams hat da meinen Kopf extrem therapiert. Wir konnten den Rückflug nicht antreten, weil er am Flughafen ausgelastet ist. Also es war so ein billiger Rückflug. Und dann war überbucht. Und wir haben keine Maschine bekommen. Und dann mussten wir irgendwie acht Stunden warten. Erst ausgerastet hat sich vor diese Leute gestellt. Mein Opa war beim Militär. Und ich fisch hier nur tot weg und so. Ich will jetzt in diese Maschine und so. Und dann wurden wir von Polizei eskortiert vom Flughafen. Mussten dann noch drei Tage auf Ibiza bleiben. Julian Williams, ich und sein Kumpel. Und da hatte ich dann auch nach über einem Jahr einen Rückfall. Weil die Situation hat mich überfordert. Bro, ich würde eine Sekunde mit Julian Williams stehen. Ich wäre in der Nadel. Das hat mich überfordert. Und dann kam ich zurück nach Berlin und war so ein bisschen Druck. Und da waren noch so Sachen von mir. Mein Auto war noch da. Damals war die Ehe noch aktiv. Mein Auto war noch da. Und mein Fernseher und so Sachen. Und dann bin ich still und wollte die Sachen wieder haben. Und war natürlich so auf anderthalb Jäger. So ein bisschen... Südkennig erteilt. Ja, war ein bisschen emotional. Aber nicht auf aggressive Art. Weil ich war sehr emotional. Und dann wurde es halt so gedreht, dass ich da einreiten will und so. Ich wollte aber wirklich nur meine Sachen wieder haben. Und dann kam die Polizei mit dem Platzverweis erteilt. War erst mal so weit voll unspektakulär. Und dann war mein Fehler auf meinem hohen Kopf, dass ich gesagt habe, ja okay, ich gehe jetzt, aber ich komme auf jeden Fall zurück. Weil ich brauche meine Sachen. Und dann sagen die, okay, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Richter anrufen. Richterlicher Beschluss, dass ich erst mal eine Nacht weggesperrt werde. Weil ich ja sozusagen angedroht habe, dass ich wieder hingehe und quasi sonst was mache. Also war so ein bisschen dumm. Was danach dann draus gemacht wurde mit diesem Handschellenbild und so, weiß man ja. Aber das ist ja so frauennäßig so einfach richtig krass übertreiben und... Ja, Dicker, es ist doch aber wichtig, dass du das klar stellst. Weil wenn du schon sagst, dass dir da irgendwelche Auftritte streitig gemacht wurden, jetzt sitzen hier zwei Leute gegenüber, die auch noch bis vor 15 Minuten glaubten. Echt? Echt? Ja, nicht geglaubt. Ja. Aber jeder dachte ganz traif, du hast dein Gehaltiges gemerkt. Man hat das erzählt. Und diese Unterschriften kennst du doch noch. Da war ihr Kopf so, weißt du noch, und du warst da wohl auf dem grünen Rasen oder so, oder? Ja, ja. Verhaftet. Da war ja jedem klar, warum verhaften die dich? Die verhaften dich ja nicht ohne Grund. Und dieses Frisilla wurde auch voll heiß gekocht und gar nicht zu warm gegessen. Man hat den Vers ein. Ja. Das hat sich für so Zeit einfach nicht verhindert. Das hat man alles nicht gebraucht. Wenn du einschätzen kannst, kannst du auch dementieren. Das ist nicht der Typ, ja. Ich wurde ja auch aus dem Fitnessstudio rausgeschmissen, weil es dann auch hieß, ne, die andere Person ist auch hier und das geht nicht, was da vorgefallen ist. Und dann musste ich das auch mit dem Beschluss da erstmal hinschicken und sagen, hier steht es aber, dass das nicht nachgewiesen werden konnte, dass das alles an den Haaren herbeigezogen war und so. Ich muss da echt schon viele Hebel bewegen, so, um das halt klarzustellen. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass jetzt Silla mit sowas in Verbindung gebracht wird. Na, bei uns schon. Jetzt nicht mehr. Du bist wieder am Start. Danke, danke. Rehabilitiert. Auf jeden Fall. Der Retalk machst du wirklich. Du hast hier damals wegen den Patentrichten von den Godzilla-Kinofilmen. Musstest du dich in Silla umnennen? Stimmt das? Ja. Das ist ja schon ganz alter Wut. Ja. Ja. Das wäre interessant. Das wäre interessant. Wir reden auch manchmal von Brasilien. Ich weiß, der Homi Kaiser und Rasta, die mussten hier oben einsteppen und du warst da auch einer von den glücklichen Verlierern. Ich schieß früher Godzilla und dann hatte ich die große Ehre mit Asad ein Video zu drehen. Asad hat mich damals angerufen nach Frankfurt. Fuck the police. Fuck the police. Ja. Das war für mich auch echt so ein Sprungrett. Also meine Karriere und auch für mich aus der Fan-Perspektive war es krass, damals mit dem Asad und seiner Hochzeit in Frankfurt ein Video zu drehen. Ich fahre auf jeden Fall zurück. Und die damalige Managerin, nee, Forumleiterin, da gab es noch so Foren, wo sich alles abgespielt hat, wo es so Instagram und so noch nicht gab. MC und so. Ja und da gab es dann das Godzilla-Forum auch und die hat mich angeschrieben, dass sie, weil sie stand im Impressum und sie hat ein Fax bekommen aus Japan, 13 Seiten, dass es halt nicht geht, dass sie auf die Seite Domain, auf die Godzilla.de Domain gestoßen sind und dass ich mich da zu Unrecht mit der Filmfigur gleich stelle und so. Da hatte ich auch damals Massenhystery, so ein Cover, wo ich auch so überlebensgroß vor so Hochholzern stehe und Helikopter über meinen Kopf und so. Und dann habe ich mich zu Unrecht profitiert von der Filmfigur. Naja, musste ich den Namen abkürzen. Aber gab es eine Vertragsstrafe oder nur einen Absatz? Nee, das war nicht so. Ich musste den Namen ändern und alle zunächst, die draußen waren, das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, drei Alben, die musste ich aus dem Verkehr ziehen. Na, das ist schade natürlich. Dann verklage ich Himmel, Alter. Ich war in den 80er Jahren die erste Blonde mit Eiern. Aber ich habe es schlau gemacht, finde ich. Ich habe dann die Godzilla-Monsterbox gemacht, das heißt, ich habe alle Alben rausgenommen. 2000 Stück pro, wo gab es noch? I Love Money. Wir haben die dann umgelabelt. Mit Silla drauf, haben die alle in eine Box gemacht. Haben da Silla-Monsterbox draufgeschrieben, haben noch ein zusätzliches Album reingemacht und haben die dann zum Preis von 25 Euro oder so verkauft, um quasi die alten Stände loszuwerden. Also es war ganz gut gewesen. Wie ist das I Love Money Verhältnis? Das gleiche wollte ich gerade fragen. Super. Mit Orgi habe ich jetzt ganz viel Kontakt zur Zeit. Wir schreiben ja nicht jeden Tag und schicken uns Voices. Mein Herr Romeike. Wir wollen dich endlich im Oddcast haben, Baby. Ey, das wäre die krasseste Folge. Also das Boogie und Orgi-Interview. Orgi kommt. Orgi kommt. Das ist Kult, aber das Interview auch schon Kult. Der TV-Straßdraut. Orgi ist nämlich hier, weil er immer am anderen Teil der Welt rumcruist. Und wenn er von ihm kommt, kommt dann ein Oddcast. Erzähl mir ein paar Herr Romeike-Histories. Ich habe Orgi kennengelernt beim FickDX-Videodreh 2002 oder so. Das waren glaube ich die ersten Musikvideos, die damals gedreht wurden. Was Box ILM Umfeld. Ich habe das Herz gespürt. Da habe ich dich auch das erste Mal gesehen. Da war der Schnitt von FickDX fertig und von dem Hengst-Video damals. Du bist Freund, ich bin Feind. Und da kamst du auch zu Orgi rum in die legendäre Wohnung. Ja, Kurfürsten. Ja, Kurfürsten. Oje. Und so habe ich Orgi kennengelernt. Über einen Freund, über einen befreundeten Ticker oder so. War das die Zeit, wo der Kurfürsten noch bei seinen Eltern in die Wohnung geholt hat? Das war Ulstein. Das war Ulstein. Das wollte ich gerade fragen. Das ist die gleiche Ecke. Und dann natürlich seine eigene Wohnung, Sodom und Gomorra. Weißt du, die Wohnung kommst rein. Rechts war die Film-Ecke und links hinten der Raum. Und da ging es ab. Ja. Und wir waren eigentlich erstmal so auf Homie-Basis. Ich habe noch gar nicht wirklich gerappt. Ich habe meine ersten Geh-Versuche so separat gemacht. Aber ich habe Orgi davon gar nichts gesagt, weil ich mich noch nicht so bereit gefühlt habe, mit meinem Zeug das jemandem zu zeigen, weil ich das jetzt nicht so für krass empfand. War mit Orgi erstmal so auf Kumpel-Basis. Und wir saßen da noch nächtelang mit zwei anderen Arzt und haben dann seine Sex-König-CDs gebrannt. Da gab es ja noch irgendwie... Wo war das? PX oder so? PX Downstairs. Genau, Downstairs. Und da hat er hier alle selber gebrannt. Tausendmal Sex-König, tausendmal Es gibt kein Battle auf CD. Dann saßen wir da mit vier so billige Laptops und jeder irgendwie in zwei Nächten 250 CDs gebrannt und so. War eine legendäre Zeit. 2002 müsste das gewesen sein, ja. Ich kenne auch mit Orgi Tapes beklebt in der Reichenberger. Irgendwelche Weibern, die die Aufkleber machen. Das waren noch von nachvollziehungsweise die Tapes. Und mit Orgi war es immer lustig. Ja. Und mit Orgi hatte ich sogar einmal ein Disput, den hat er auch aufgelöst. Sag so, Orgi ist mir jetzt scheißegal, jetzt gehen wir vor die Tür ab. Echt, oder? Oh, Viagra, das passt mir gerade gar nicht. War auch die beste Aktion. Er hat irgendwie mit dem Orgi Macht, hat da irgendwie ein Bief gehabt. Echt? Und er wäre mit dem Bief nichts zu tun haben. Ja. Irgendwie von Mach aus, dann kam Orgi. Die alle dachten, es wird darüber geredet mit dem Macht-T-Shirt. Also Orgi ist für mich Humor, Humorminister. Unfassbar. Ja, Mann. Herr Romeike, ist Ihnen das nicht peinlich? Nö. Ich habe das schon tausendmal wiederholt. Soll ich nicht, muss ich aber machen. Wenn der Atomfilz am Himmel ist, gucke ich Orgi bei Weichsperren. Dann ist die Welt in Ordnung. Auf jeden Fall. Einer der lustigsten Menschen. Eines der krassesten TV-Auftritte. Ey, wenn das auftaucht, den paar tausend Jahren sehen, Alter. Die lachen. Ja. Dieses Verzüttelte. Ist das eigentlich peinlich? Nö. Äh. Nö. 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 so lustiger mit deinem Land, Liebe, du bist ne Typen. Nee, das kannst du dir vorstellen. Du musst mal richtig weggucken. Du musst mal richtig weggucken. Jedes Mal, wenn ich an Joker Heft denke, denke ich an seine Ritzbäcker. Ich wollte das jetzt gar nicht sagen. Der Bruder macht auch nicht so böse. Der weiß, der weiß, der weiß. Das ist dieser Hip-Hop-Style-Style, wo die Hose tiefer hängt und die Unterhose guckt drüber raus, weißt du? Aber dank Joker gibt es diese wunderschönen Hits von uns beiden für alles bereit und harte Zeiten. Das ist ein netter Junge. Man muss sagen, dass er auf jeden Fall sehr, sehr, sehr fleißig ist. Er hat alle mit Beats versorgt. Es gab nie einen Beats-Endpass bei ihm. Es war immer beim Fließband und es hat sich ja für ihn rausgezahlt. Er ist ja krass in Gehen. So krass das dann immer. Ich fand ihn immer sogar lustig, weil er sich irgendwie so nicht verstellt. Er fährt keinen anderen Film. Er ist mit allen Ernst und er haut es draußen. Er hat da manchmal sogar aufgezogen. Ich habe mir einen Track eben zugepackt. Der ist definitiv cool, weil es sind liebeste Leute, die immer greißig sind, die ich mir auch nie verstehen. Ja, Mann. Kommt an ein Spielmail. Ja, Mann. Aber das, was du gemeint hast gerade, war ja auch, er hat ja recht, wenn du so die Vereine hast und so und die Bogen glätten sich auf der anderen Seite und du hast dich positioniert, ist halt immer ein bisschen problematisch. Genau so wie du vorhin auch bei dieser Maskulin- und Farid-Sache und so weiter. Ich meine jetzt mittlerweile Farid sind Buddies. Ja, Mann. Ich weiß jetzt nicht, wie du mit Farid bist. Kennst du ihn gut? Hast du mit ihm was zu tun? Wir schreiben ab und zu so mal so ein paar, wir hatten uns 2017 dann nochmal getroffen. Aber auch nicht so. Ich bin auch nicht so der Kommunikative. Ich tue mich immer schwer, so Kontakte aufrecht zu halten. Ich habe so meinen Kernkreis und in dem bewege ich mich und ich schließe ungern so neue Kontakte und bin auch so nicht so der Typ für Smarttalk. Keine Kontakte halten, nur deine Akte nicht sauber halten. Ich bin echt so auch ganz, also wie man ja auch meint, du bist so eine Art Menschenfeind oder so. Ja, ist ja nicht. Der ist enttäuscht von Menschen, mit Recht auch dieser Scheiß. Was ich erkannt habe. Für dich selber, ich liebe Menschen. Meine ich doch. Sag ich ja. Habe ich doch gehört, dass du teilweise mir liebend geschmeißt. So Sachen wie Smalltalk und so. Letztens habe ich irgendwie auch da habe ich sowas gesehen und im Bericht, da geht es auch darum, du musst immer darauf achten, wenn du den Menschen triffst, auf der Straße oder so, oder im Gym oder so, gucke ich dann auch drauf. Wenn der Mensch dir so zugewandt ist mit seinen Füßen beide, geradeaus so zu dir, dann ist er wirklich an dir interessiert. Dann denkt er sich so, oh Silla, oh cool, wie geht es dir denn? Wir kennen uns ja von früher und so. Aber wenn du so einen triffst und der eine Fuß so zeigt nach rechts und der andere so auf dich, du merkst eigentlich, denn der Mensch ist so auf dem Sprung. Er will eigentlich gar nicht mit dir sprechen. Er ist eher so auf dem Sprung und irgendwie gibt es so eine verfängliche Situation. Man kennt sich von irgendwo mal und du wirst so aufgehalten von der Person. Müsst du immer darauf achten, vielleicht, wenn dir so Leute treffen. Das verhalten Psychologe Silla hier. Yes, baby. Alle Therapien Silla-Therapien. Und wenn ich sowas sehe gleich, dann merke ich auch nicht, okay, dann lass lieber gar nicht quatschen. Weil Smalltalk finde ich ganz schlimm. So, hey, wie geht es? Alles klar? Wie läuft es? Ja, gut. Okay, cool. Aber es kann ja auch so sein wie bei uns manchmal Silla. Weißt du, wo wir uns das letzte Mal über den Trailer getroffen vor einigen Wochen? Da warst du ja aus dem Sprung. Ich sage jetzt nicht, ob du hin warst. Das ist sehr privat. Du warst jetzt eilig. Ich habe da rein Verständnis. Da war es gleich. Deswegen wollte ich sagen, was du sagst, ist bestimmt voll zu 90 Prozent zu. Aber manchmal hat man ja wirklich keine Zeit. Muss weiter. Ja, stimmt. Aber diese Smalltalk sagt bei dir ja meistens was anderes. Es ist einfach so, irgendwann wächst man als Mensch so ein bisschen über manche Menschen dieses Verhaltens hinaus. Ich finde es auch extrem langweilig. Ich finde es ist Zeitverschwanderung. Es ist oberflächlich. Es will niemanden weiter. Manche Leute zwingen sich zu Gesprächen, wo man ganz genau sieht, die haben eigentlich gar kein Thema. Ja. Aber es ist halt auch schwer zu hoffen. Manchmal triffst du ja jemanden und der hat mit denen das halt irgendwie was. Auch vorhin war ich mit der Hausverwaltung und so. Dann treffe ich so die Frau von der Hausverwaltung und wo wir jetzt noch eingezogen sind und alles. Und dann bin ich eigentlich auch auf mich sprungen. Aber ich musste dann kurz mit der quatschen. Das ist für mich auch voll anstrengend. Also ich glaube, es war auch immer so... Du musst den Busen teilen für weniger Miete. Ich sehe sie nicht und wenn ich sie nicht gesehen habe, hat sie mich auch nicht gesehen und gehe dann eigentlich mal lieber weiter so. Weil so... Sowas meine ich jetzt gar nicht so unbedingt. Ich meine eher so diese oberflächlichen kurzen... Also wenn dich jetzt wirklich tatsächlich jemand, und das meine ich wirklich wörtlich, ist letztens wieder passiert, wenn dich einer aufs Wetter anhaut, dann weißt du, Bruder, dieses Gespräch hat keine Substanz. Lass uns nicht über das Wetter reden. Es gab so viele Filme, wo schon angedeutet wurde, dass wenn man über das Wetter redet, dass man eigentlich kein Gespräch wieder hat. Wenn du mich nach dem Wetter fragst, Bruder, wird es strange. Weißt du, was ich meine? Aber ich bin auch so eher so ein Fan von straight und durch die Decke. Wenn man was zu sagen hat, dann sagt man es. Wenn man nichts zu sagen hat, dann muss man als Mensch irgendwann auch mal begreifen, dass man auch mal die Schnauze zueinander hat. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt auch eine wichtige Eigenschaft, zu der kommen viele ihr Leben lang nicht. Ja, das gibt echt viele angenehme Personen. Wobei man wird auch gesegnet, dass wir keine Menschen, die haben manchmal zu viel Kontakt. Ich gebe jetzt keine Vorlage für ein Fußballtor, aber es sollte nicht sein, wenn du so mit älteren Frauen oder älteren Männern aus dem Bezirk gehst, dann wird man die Gips unterstellen, Bruder. Ich bin Major am Ende. Nein, warum? Keine Gips, also das Thema. Nein, da merkst du aber echt, die kommt dann einmal am Tag raus, da geht sie zur Diakonie, sich einen Kaffee holen und dann ist dann schon manchmal so eigentlich schon oberflächlich, aber du merkst voll, das ist so, du bist so wie ein Licht, du siehst so Menschen so, weißt du. Ich hatte mal sogar gehört von Sozialarbeit, dass viele alte Leute mal die Zeitansagen sogar anrufen. Echt krass. Warum? Naja, dass sie jemand hören, so weißt du. Das ist ja wieder traurig. So viele Leute brauchen man sich irgendwie nicht. Ja, mir geht es schlecht. Bei uns im Haus, wir haben jetzt eine Dachgeschosswohnung ausgebaut oben und da ist unten ein älterer Herr, der ist auch 80 oder so und der ruht da schon 60 Jahre in dieser Siedlung und den treffe ich gerne und den quatsche ich gerne. Der fragt mich auch, was machen Sie so? Und ich sage, ja, ich mache Musik. Ah, ich habe früher auch ein Instrument gespielt, Klarinette und so und dann erzählt er mir immer so von sich und das finde ich wirklich interessant, also wenn die Leute wirklich was von sich so erzählen, so irgendwie, das ist so sowas Persönliches irgendwie und dann ist das interessant. Ich habe auch schon viele so Europa-Gespräche geführt, die sind teilweise echt interessant. Ja, die sind noch so real irgendwie. Man kann auch so ein bisschen in die Vergangenheit gucken durch die menschliche Zeit. Genau, ich frage die dann auch, wie war das hier so 1970 oder so? Erzählt ihr mir irgendwie und ich finde das sowieso voll interessant, wenn ich so alte Bilder von Berlin sehe, da so alte Dokus aus den 80ern oder so am Schlesi oder wie es überall aussah und so. Ich finde das total interessant in der U-Bahn, die Leute und so. Ich bin voll der Fan von so alten Dokumentationen. Das ist geil sowas, ne? Ich habe letztens was geguckt, auf YouTube gibt es die, Digga, da gibt es so Videoaufnahmen von Berlin-Alexanderplatz und so zu Zeiten der Weimarer Republik, Bruder. Weil es so krass, ja. Also wirklich so 1920 und so ein Shit, ne? Also von der Nachkriegszeit und von Adolfs Zeit und so gibt es sogar Farb-Videoaufnahmen, die sind sehr, sehr hochwertig. Also so richtig so high-res-mäßig. Da guckst du so, ah krass, Digga, das ist ja so meine Ecke und da war ich und so wie die Bahnen da hin und her fahren. Das war eine ganz andere Welt, Alter. Das ist so wie eine Zeitmaschine. Ich bin sehr dankbar immer für solche Videoaufnahmen und so, weil ich mir das so sonst niemals hätte vorstellen können, weißt du so? Ja. Ich finde das auch total interessant. Das ist auch so mega kult. Ich habe die erste Dokumentation, die ich kannte, war über der Löwenthalter aus Belas Ruttier, das ist ja die Six Boys. Belas, das ist ja ein Jungs, eine alte Doku von 89 oder so, Ja, genau. Einer ist von 91 auch. Wahnsinnig. Und davon, jetzt waren ja die Bänger auch mit dem Black Panther und so, auch dann mit den ganzen Legenden, aber es gibt noch auch Atzenfaktor über Gropiur statt Belas. Das muss ja gehen, so zwei Atze sehen aus wie Atze Europa. Und das ist zu Atze, ja. Und ich weiß noch, früher am Corner, wenn da mal Leute wie Bülow oder so, ich wusste mal, Romy Bülow, eine Kamera dabei hatten, das war voll die Attraktion. Hätte ich keine Kamera an 89 vor das Gesicht gehalten, der wäre ausgekreist, man wollte irgendwas machen. Und ich sage auch, wir hatten auch einen Vorteil, die waren früher weg. Also, wenn es früher Kameras gegeben, werden die Hälfte der Burn-Crime-Arzt im Gefängnis. Und früher war es ja auch weg bei den Weibern, wenn du ein Alt betrogen hast im Osten, wenn du warst weg, warst du weg, heute die Facebook kommt jahrelang noch wieder raus. Ja, früher war alles sehr anonym. definitiv. Also, zu der Technologiefrage von vorhin, das ist das, was ich mir schon immer gewünscht habe, diese Virtual Reality-Scheiße. Da, so ein Rückblick durch die alten Gegner. Das wäre geil. Die mussten einfach mal so aus den 20ern, 30ern und so dieses Videomaterial nehmen und die Texturen nehmen und das so modellieren, dass du dann mal so in so einer Bar-Chain kannst, so irgendwie bei 1920 in Berlin, damit du diesen Eindruck hast, weil das ist ja geil, 3D. Wenn du so da drin bist in dieser Welt, das funktioniert. Die Technologie wäre dafür eigentlich da. Wie bei City, wenn wir vorhin darüber geredet haben, dass man Technologie für das eine oder das andere benutzen kann, das wäre zum Beispiel eine Sache, da wäre die Technologie, da wäre ich voll dafür. Kennst du nicht diese Folge von Black Mirror, wo die beiden Frauen, wo die dann, wo die schon tot sind, kurz vor dem Sterben und dann können die sich aber in ihre alte Jugendzeit zurückversetzen und leben nochmal ihre Jugend und so ein bestimmter Ort? Ist das schnelllebig? Krosse, Freunde. Ist das alles schnelllebig, Freunde? Stell dir vor, in den 80er Jahren hätte ich euch gesagt, dass ich eine Maschine habe, der ist Spotify, ich kann alle cool, die Rap-Alm hören und so eine Sache ist so schnelllebig. Ich habe gestern zum Kumpel gesagt, abends noch, wenn wir einen geraucht haben, weil ich keinen Schnapp getrunken hatte, runterrauchen, da sagte ich noch, Dicker, hätte ich dir früher gesagt, ich habe den Zugang zu allen Rap-Blood-Videos der Welt über diesen Fernseher ausgekreist. Und dann geht es immer so schnell und man ist oft so, wenn eingesperrt ist, sagt, du werde ich wieder frei, wir machen alles anders, bitte. Du weißt immer leider auf Sachen kurzer zu schätzen, als es eigentlich verdient ist. Aber heutzutage weiß man es gar nicht mehr. Gar nicht mehr, Dicker. Du kommst da gar nicht mehr durch bei einem Rennen. Die sind so verbündig. Ich habe keine Witz, aber keine Witzaktion geholt. Die haben 80, 90 Jahre auf A Cappellas ein, zwei, die ATC-Plattinnen die Stunde lang geübt. Ihr geht das Internet an, machen tausend Sachen. Ja. Das war meine erste große Faszination. Ich sage die ganze Zeit, ich bin ein sehr großer Videospiele-Fan. Ja. Das heißt Fan, aber das ist schon so. Also es war so meine erste große Liebe, wo ich gedacht habe, das ist das Krasseste, was es gibt auf der Welt. Ja. Aber es hat auch so ein bisschen heutzutage kannst du ja so von deinem Vater einfach das Handy nehmen mit fünf Jahren und dann hast du da 65 Spiele drauf und du Bock drauf hast auf den Play Store zu gehen und dann sind die da. Aber früher hattest du das nicht. 140 Mark hat so ein Super Nintendo-Spiel gekostet oder so. Das war schon heftig. 140 Mark? Mitunter. Ich habe mal damals Royal Rumble gekauft, Royal Resting Federation. Das hat 139,95 gekostet. D-Mark. Das war so scheiße. Also 119,95 war schon Standard und die neuen Games waren dann schon 140. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal ein Super Nintendo gesehen habe, halt durch die Schaufensterscheibe natürlich. Windows-Schaufen. Ja, das war wirklich so. Also ich war, als Kind waren wir unterwegs und es gab so Leute, die wie ich unterwegs waren mit 8, 9, 10 und dann waren wir in Karstadt drinne, am Kudam, in Wieselass und dann hat man sich als kleine Kinder getroffen und dann warst du froh, wenn da das Arschloch von Arbeit da mal die Pads angeschlossen hat, dass du mal zwei, drei Runden was zocken kannst, weißt du? Wir waren Gott sei Dank so situiert, dass wir uns so Sachen leistet konnten an meinen Vater, aber das war noch zweimal ein Problem, mein Bruder und ich haben einfach konzipiert in Schule geschwänzt. Ich ging zu Womm, mein Bruder zu Schauland, da war auch immer wie Bela zackt in Konsole, immer gezockt und ich immer Mucke anhören. Ja. Wahnsinn. Womm, Womm entsteht jetzt damals auch mit dem Platz. Ja, du hast meine Gruppe gearbeitet, Atze hieß er, das war der erste Atze, die ich kannte. Du weißt, ihr kennt ja noch bestimmt diese Maschinerie von den Promosachen, so riesige Leinwände von Ghetto Boys, Public Enemy, Atze, bester Mann der Welt, deswegen werde ich nie alle Punker hassen, viele, aber nicht alle, Atze war mein Homie, Atze hat immer mich beim Schulschwitz unterstützt, hat mir die Platten gegeben, ich konnte so anhören, auch immer ein Bonbon und Atze hat jedes Mal an die riesigen Pappfiguren, Chuck D, hat da die 851-8554-Nummer geschrieben und immer, ja, jetzt Atze, könnt ihr abholen. Dann bin ich hingegangen, gelaufen mit meinem Papa, hat dann diese tollen Sachen, diese Merkwärme, die Werbesachen halt, ganz viel Plastikzeug, alles von Public Enemy und bin da gestorben und das Sound, 20 Stunden lang eine Platte hören, einmal im Monat kannst du eine Röhne oder so, wahnsinnige Zeit und ganz viel davon war einfach mal Zocker. Ich glaube, war mir auch die erste Generation, wo eigentlich der Zocker war. Ja, also, ich habe das erste Mal in meinem Namen, ich habe im Iran das erste Mal habe ich Pong gespielt, da hast du halt einen Strich links, einen rechts, einen Ball, das war das Ding, was überhaupt das erste war, was die Leute zu Hause gehabt haben, da hast du auch kein Controller gehabt, das war nur so ein Drehding, das dreh ist hoch, das dreh ist runter, das war das ganz schön. Wer kennt doch den blöden Porsche, mit den animierten Dingen, wo du mal so, das Outrun, das ist mir geil. Das haben wir alle, das war, das war, das war, das ist nur 80er geht, mehr 80er geht nicht. Bruder, dieses Geräusch auch immer, kennst du, auf jeden Fall. Aber wir meinen jetzt, Spielhalle, Bruder, Spielhalle, das war mein Traum. Baby, ich glaube, wir meinen was anderes, bisschen, ich meine so ein richtiges Stück, so ein ausgeschnittenes Auto. Achso, du meinst, das ist kein Videospiel, das war so ein mechanischer, Branche-Computer, aber so ein Lenkrad. Genau, Baby, und die Langstheil. Das hat auch wirklich jeder. Für die Leute, die Kinder, die spielen, die spielen, die spielen. Das war so 80er, das blöde Ding, das blöde Ding. So eine eigene Spielhalle müsste man nochmal raufziehen, so auf 80er Style. Ich habe zu Weihnachten vor meiner kleinen Uhr, ich bringe immer mit, habe ich Double Drain bekommen, das ist wohl nur eine Konsole, kannst nur ein bisschen Spiel spielen. Double Drain kennt ihr auch. Ja, habe ich auch auf Nintendo zu Hause. Ja, wirklich. Auf NES noch, vor so einem Nintendo. Was ist das beste Spiel auf Nintendo? Auf dem ganz normalen? Ja. Boah, das beste Spiel auf Nintendo. Fragst du was? Aber ganz ehrlich, was hat Nintendo eigentlich gerade als Konsole, als Switch. Wie heißt Switch? Ich habe mir Playte 4 angeblockt. Manic Manson, zum Beispiel. Das hast du auch in Nintendo gespielt. Manic Manson hieß es. Das hast du auch in Nintendo gespielt? Wirklich? Dieses In dem Haus. Das ist ein Adventure-Spiel, so Pointed-Click-Shots. Genau, ja. Das ist voll kompliziert gewesen. Der zweite Teil davon, Day of the Tentacle. Ja, das war schon PC. Ich mache mir mal einen Aufruf am E-Fans. Ich war in 100. Laden, es gibt wohl seit sieben Jahren kein EA-Boxing mehr. Ich bekomme keine Boxspiele mehr. Kein MRA. Wenn ihr irgendwo deinen Boxspieler zu mir sagt, dann schickt es mir. Das will ich halt nicht mehr. Ich würde gerne Boxspiele spielen. Du musst Fight Night einfach holen. Fight Night Champion. Mit den Rappern? Ich habe das. Ich bringe das hier sowieso. Sehr gerne. Ich brauche ja hier eine Xbox, dann ballern wir uns den Kopf. Ja. Fight Night Champion ist schon jetzt von 2011, aber die haben seitdem aufgehört, Boxspiele zu produzieren, weil die sich auf diesen MMA-Markt konzentrieren, was ich sehr schade finde. Und wenn ich das schon sage, dann hat das was zu bedeuten. MMA müsste er eben nicht vom Boxen gehen. Geh einfach mit. Wer ist denn der Boxschweb? Oder wer ist denn der krasseste Boxer jetzt? Schwergewicht? Die Ante Wilder, Anthony Joshua und der Gypsy King. Wer ist der Gypsy King? Der Champion, der Ante Wilder auch gesiegt hat. Der Große, der war auch früher Alkoholiker, hat sein ganzes Leben in diesem Fall Selbstmord gefällt. Auch Tyson Fluid. Tyson Fluid. Genau Tyson Fluid. Aber der krasseste Boxer zur Zeit kann mir keiner was erzählen, Digga, ist Lomachenko. Und für mich immer wieder, ich habe ein bisschen schritten, seit ich schon mal gesagt habe, wenn ich ihn mal wiederholen, die krasseste Box, Flash für mich war, Tommy Gunn, kennen wir alle, als 90er, 80er Kids. Tommy Gunn, der Kontrahent von Rocky, die er jetzt aufbillt. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es ein echter Boxer war. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, das ist ein Schauspieler. Der hat dann aber auch, hat er nicht selbst noch gemacht? Naja, weil er einer der ersten, der Aids hatte. Stimmt, der ganz früh ist dann gestorben. Tommy Morrison hatte Aids? Ja. Ich glaube. Bin mir sicher, Digga? Ich bin mir sicher. Er hat eine tragische, entweder Drogen, weil er Aids hatte. Ich fand, generell war das eine tragische Figur, auch in dem Film, der war ganz komisch. Aber er hatte auch, glaube ich, den Kampf gegen die Aids, Entschuldigung, Aids oder Krebs promotet. Aids oder Krebs. Ich habe aber auch ein letztes über den gelesen. Ich wusste das auch nicht, dass er wirklich Boxer war. Tommy Gang, baby. Ja, der Blöde. Dann ist der ganz dramatisch. Jetzt will ich es wissen. Nicht, dass ich hier bei Speich wieder berüchtig steuere. Nein, da ist er. Tu wir mal. Ich frage mal. Guck mal, Tommy Morrison war der Großneffe von John Wayne. What? Der Cowboy, baby? John Wayne, baby? Der Cowboy, oder? Das sind ja die Rollerbücher. Krasser Typ, oder? Hey. Digga, ich habe noch Angst, wenn ich vielleicht ein richtiges Freude habe. Tommy Morrison ist auch echt. Er ist relativ spät gestorben. Sag mal bitte an was. Er ist 2013 gestorben. Echt? Steht nicht drin? Ja, Mann. Bist du dir sicher? Ja, der ist 2013 gestorben. Ah, steht das da? Da sind wir noch nicht. Sag ich dir sofort Bescheid. Ich habe ihn nur als Schauspieler immer aufgestorben. Mein Freund Thomas vom Hafensport hat mir das dann erst mal gehandelt. War mir auch gut. Mit 44 Jahren ist er gestorben. Im Jahr 2013. Das war Cardiac Arrest Result von ein septischer Schock durch irgendeine Infektion. Da steht nichts von Highfall. Aber da steht aber trotzdem, dass bis heute die komplette Familie und drumherum dieses Aids-Ding dementiert ist. Ah, aber es gab es. Das Gerücht gab es. Definitiv. Das ist ja wie bei EZE. Die ganze Familie stellt sich ja auch total dagegen. Die sagen, EZE hatte kein Aids, das ist Quatsch. Er hatte so viele Kinder und auch mit mehreren Frauen. Es gibt keine einzige Infektion in dem ganzen Bereich. Weder die Frauen oder die Frauen. Und Rorschuk Neid in dieser Talkshow-Sache war so besoffen und gesagt hat, dieses EZE-Ding, den kurz mal wegspritzen, das meinst du war nur so ein dober Sprung? Nee, glaube ich nicht. Die Jungs von Baumdachs und Hamley haben sich bei Jamie Fox ins Interview gesetzt und haben auch gesagt, dieses Aids-Ding ist Quatsch, der wurde mit irgendwas infiziert, injiziert oder keine Ahnung was. Weil der ist ja von heute auf morgen ging es immer richtig. Genau, genau. Das ist ja untypisch bei Aids. Frau schreit sehr lange. Und bei EZE gibt es auch viele Sachen, die ich nicht wusste, mit Politik, Jerry Heller, nein, bei Eisflug und so, die waren richtig, der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mit der Nation oder so, die haben richtig hart gegen EZE gefeuert. Dicker, diese Zeit Fuck Jerry Heller ist so weit zu, das weiß ich auch so. Diese Zeit mit EZE und NWA und diesem Split und der Industrie drumherum, ob das Jerry Heller schon hat, später Jimmy I. und so, diese Ganze. Ich wette mit dir um was du willst. Wir wissen einen Scheißdreck. Das meinte ich doch. Warte mal, 20, 30 Jahre. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht zwei, drei Jahre. Das würde man auch in Zukunft, da wird bestimmt so ein dirty shit dran kommen. Und das wollte ich gerade noch sagen. Ich weiß, Fabian, ein gefährlicher Bereich, aber das waren viele komplizierte Sachen und ich glaube, Lazy Bone habe ich das Interview gesehen, das bestätige ich, was B sagt, der redet von einer Verschwörung. Und auch viele, so was wir mitbekommen haben, waren auch stinksauer, wie Eazy-E in den NWL-Filmen dargestellt wird. Es hat weniger mit Ape zu tun und alle Eazy-Fans gebt euch den Track von Spice One. Wie heißt der Track? It's easy to be a soldier with Ape no war. Ein neuer Track mit MC Ape, Spice One, Lil E, der Sohn und sie dissen Dr. Dre auf den alten Real Motherfucking G-Speed. Das ist ein geiles Album. Spice One, Swamp, Swamp, wie heißt das? Das neue Spice One Album. Spice One ist immer noch abschneiden. Das neue Spice One Album vom letzten Jahr, das ist ein ganz tolles, 5-Star January, ich weiß nicht, ein ganz tolles Album, habe ich den Titel vergessen. Dr. Dre's Braut. Habt ihr mitbekommen? Ja. Über was für die haben? 2 Millionen im Monat? Kaffee. Ich habe ein ganz hässliches Interview gesehen, hat Shub Naipa so ein Uncut-View mal rausgegeben, da hat Dre einfach kurz nach California ab, er will nie wieder mit Gangstern zu tun haben, es ist zu hart, er ist alles fake und so. Und viele böse Zungen sagen auch, er arbeitet mit Franchise, also dass immer auch Dre draufsteht und das einfach nur viel Vermarktung. Ich glaube, Dre hat den größten wieder in der Land gezogen, den 10-mal zum Rap gab mit diesem Beats-Kopfhörer. Das ist nicht du Bink? Ja, er hat viel mehr Geld mit Kopfhörer. Aber er hat ja auch gar nicht so viel Musik gemacht, ganz ehrlich. Er hat diesen gelten Status, auf den reitet er ja, aber der ist aus den Anfang 90er Jahren. Also die letzte bedeutende Dr. Dre Produktion war 1999, oder? Chronic 2001, oder? Das ist von 1999. Stimmt, weil es später auskommt. Das sollte ja eigentlich The Chronic 2000 heißen, aber dann hat Death Row ein eigenes Chronic 2000. Die Fire entroppt einfach nicht. Mit Spook G und so. You read it. Ich liebe You read it. Alle sagen, du hast You read it. Ich höre gerne You read it. Und in New Zealand. Und auf dem natürlich hat er 50 Cent allen und so natürlich auch. Hast du recht, 50 Cent auf jeden Fall auch. Das war das letzte große Ding. 2005. 2003 war ein Massacre. Und ich schenke ihm diese drei, vier Jahre. Aber seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, also Dr. Dre ist für mich jetzt gar nicht mehr so wirklich am Start. Es gab ja diese Faulheitsberüchte damals bei Death Row, da haben wir immer gesagt, dass er nicht so wirklich so arbeitsbereit ist. Er möchte halt lieber Party machen die ganze Zeit und halt die ganze Zeit bumsen und sich bumsen lassen. Ich meine, hat ja die Kinder hat das Zeug 9 echt da bumsen lassen. Ja, das haben sie ja damals gesagt. Das war bei Toss It Up damals. Tupac mit Casey and Jojo und so weiter. Das war dieser Biss. Das war krass, dass sie das damals gesagt haben. Weißt du, weil es ist natürlich so ein kleines offenes Geheimnis, sage ich mal, dass es eine Menge Closet Homos und Bisexuellen da drüben in der Industrie gibt. Auch das Ferd Joba, der gesagt hat, irgendwie Hip-Hop wird kontrolliert von der Game. Oder The Game, der dann gesagt hat, ja klar, es sind ganz viele Rapper hier schwul, die wissen es halt noch nicht. Mors Death hat gesagt, jeder Platin-Künstler in Amerika hat den White-Kriff-Arschloch. Wüsst du denn in den Tunnel saß? Weiß nicht, wir sind wieder da. Ich denke, das ist ja schon ein Thema für sich, aber im Fußball ist ja auch so und Axel Springer gibt Verlagsgeheimnis und so und man darf darüber nicht sprechen. Es gibt ja ganz viele offensichtliche Fälle. Beim Fußball über alles reden ist cool, aber diesen Merzelda-Kram, da muss man extra drüber reden. Weißt du, was ich meine? Weil das ist so das Ding, mir ist es auch ehrlich gesagt, lass dich in dein Jörg poppen von ganzem Tag, wenn es dir Spaß macht oder von mir aus. Es ist natürlich faszinierend, weil man irgendwie so, das ist so fremdlich. Aber warte, was ich sagen will, ist aber nichts mit Kindern. Ab dem Zeitpunkt ist einfach für mich komplett alles zu Ende. Deswegen verstehe ich das auch heutzutage nicht, weißt du, dass die Leute immer noch diese US-Kandidatur da verteidigen wollen. Du kannst wirklich auch diesen Trump-Katze hassen, gibt es auch viel Grund dafür, aber dieser Biden, Bruder, wenn du dir den anguckst und was der in der Öffentlichkeit gemacht hat, nee, Bruder. Also wer einen Dings hier supportet, wer einen Pedo supportet, ist für mich unten durch. Ich glaube, die Leute lieben uns, das wird immer wieder anstrengend, weil das Thema immer aktuell sein. Ich wollte wieder einschlafen mit YouTube. Auf einmal gab es einen Bericht von einem Portal und meinem Portal und es wurde wieder so schlecht. Einfach muss ich mal sagen, konnte ich vorgestern nicht schlafen, musste ich mir erstmal noch eine Dröhnung geben. Warum guckst du sowas an? Ich habe es einfach gehört, ich bin auch voll sensibel, ich kann ganz schnell kippen. Das versaut mir jedes Mal auf, kann fliegen und dann bei dem Thema. Also das sage ich auch, wenn es beide Spaß macht, ist alles legal, AHK, alles aus der Kinderkunde. Öffnet die Düppel, 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 Düppel muss zurück. Ich sage so auch, was ist mit Unterrichten, mein Düppel ist weg, das ABC-Studio ist weg. Verstehst du? Ich weiß es gar nicht. Die anderen heulen auf hohem Niveau. Letztens hat ein Frank geschrieben, hat er so T-Shot-Spaß gedruckt, ja, er hat von wegen Wahlstärmen, wo ich's ABC-Studio hat auch keiner gewertet. Das war auch so. Warst du als alter Kraftsportfreund an den legendären ABC-Studien? Warst du eigentlich auch, man sieht, Kraft-Dreikampf und so die ganzen Nee, bin ich voll raus. Skierkampf und so die ganzen Sprachen, die ganzen Bodybuilder? Im deutschen Bodybuilding geworfen. Hast du mal Kraft-Dreikampf gemacht? Ich habe mal rüber geschiebt zu den amerikanischen Bodybuildern. Oder zu Arnold. Hast du mal auf Kraft auch immer Body gemacht oder hast du auch mal Kraft-Dreikampf gemacht? Nee, überhaupt nicht. Was ist das überhaupt? Kniebeuge, Kreuzlegen und Bankdrücken. Achso, nee, das sehe ich manchmal so, übermotivierte Achsen beim Sport, die nur auf Kraft gehen und 300 Kilo Kreuzlegen. Ja, aber am meisten sehen sie eigentlich aus wie du, aber nur einen riesen dicken Bauch dazu. Weil die halt immer nicht die kleine Teile sich erhalten, die fünf kleine Mahlzeiten und die drei martialischen. Denn heutzutage muss man es eigentlich besser sagen. Also zu City-Fledger-Zeiten wurde irgendwie jeden Tag so drei Tonnen McDonalds abgeholt. Das ist der fabische Baby aus Amerika. Der hat sich von McDonalds ernährt während der Weltrekord genetik. Und über Cola getrunken. Auch wenn es Taylor hat auch mal Pizza und Cola. Aber da muss dazu wissen, und der hat sich auch auf Steroide und Stoffwechsel und das ist ja alles. Das ist die Richtigung auf meines, dass der, der auch mit Gangs ein bisschen zu tun hat, der ist Barber. Ronny Coman habt ihr auch gesehen? Ich habe die Kasse danach den ganzen Verschleiß habe ich gesehen. Letzte auch. War auch nichts mehr glorifiziert. Der Arm, wie er sich dahin krüppelt. Ja, aber wer mit 130.000, 300 Kilo Weitpresse macht, du weißt das ja. Also ich glaube, die haben das auch. Bei uns die Kraft drei Kämpfer, die haben immer ihre Risse, ihre Verletzungen mit eingeregnet. Da sind die von ausgegangen, so kalkulierter Schaden schon fast. Weil bei diesen Leistungen, bei Ronny Coman war spektakulär, er hat Leistungen gemacht wie extra Freikämpfer, aber Bodybuilder. Und das ist Wahnsinn, die haben eh schon die Belastung ab, weil dieses Gewicht bewegen, ja. Wer ist denn dein Bodybuilder? Hast du eine Top 3 für dich selbst? Schwarzenegger, ist auch Platz 1. Du Furino fand ich auch krass. Der Hype. MC Boogie, Platz 3. Danke, Jack Kloos. Ja, den fand ich noch krass. Jake Cutler war natürlich Mies. Das ist dann so ein bisschen später dann. Aber du bist dann auch eher Oldschool. Also da auf Platz 1 oder 2 Heavyweight Baby. Ich finde auch gar nicht so, dass ich jetzt einen speziell so sage, das ist jetzt mein Messias oder so. Ich finde das gesamte Ding so, das hat mich inspiriert. Gibt es nicht so den Einzelnen ich aufschaue oder so? Arnold war schon ein Mann auf der Welt. Der hat schon das ganze Game auf den Kopf gestellt. Ich glaube, ohne Arnold wäre das gar nicht alles da. Ohne seine Hollywood-Karriere. Nicht, weil er jetzt Bodybuilder war, sondern weil er so ein Hollywood-Style war. Der ist auch für mich ein Vorbild in so Sachen, einfach weitermachen und immer weitermachen oder beziehungsweise sich Ziele setzen und sozusagen ich werde jetzt der Breiteste und dann okay, ich werde Schauspieler auch wenn ich es überhaupt nicht kann weil er ist ja nur wegen seiner Breitnissen dann natürlich reingekommen dann hat er sich irgendwie die Schauspiel-Skills so halbwegs angeeignet dann ist er noch in die Politik gegangen das ist schon irgendwie interessant. Es gibt nur einen, den ich dann auch liebe Rocky liebe auch andere Filme aber einen feiere ich noch mehr weil er war noch trashiger noch massiger Luther Ringo der alte Simbad-Film ich würde sterben die kommen sofort original Simbad der Brüderhung und er hat glaube ich auch vielen Leuten er hat glaube ich Stellung die war Träger und er war meines Erachtens Arnold war Mitte 70er oder so seine Zenit die waren gleichzeitig Ach du Fringo was wollte ich gerade wissen auf einige wir haben auch zusammen getrainiert ach interessant das weiß ich ja aber ich dachte du Fringo ist noch älter nee nee letztes Mal habe ich ihn gesehen weil ich gucke in diese Serien also hat er ein gespielt die Alibi immer in der Werkstatt trainiert sich da mit Wasser voll spritzen und Salz und der Frau waren sie haben trainiert der Luther Ringo sagt krass auch bei Simbad war krass der Bruder war ein bisschen größer als Arnold hat man ja mit Vito auch mitgesprächt letztes Mal aber würdest du The Rock nehmen oder Arnold das ist das Battle glaube ich wie nimmst du auf so generell nicht nur kraftsportmäßig sondern auch als Hollywoodstar insgesamt schon Schwarzenegger weil The Rock finde ich auch krass aber als er kam später war ich schon erwachsen irgendwie und da ist nicht mehr diese Glorifizierung diese Faszination so krass gewesen verstehe ich was ist der beste Armaltfilm für dich du überleg auch ich will von dir auch eine Antwort okay dann sag du schon mal dann kann sie Conan der Mama gefackt Baba Baba oder Zerstörer beide beide hast du die noch im Kopf sehr gefühlt Running Man Running Man ist aber nicht Total Recall Running Man war auch mit der Frau mit drei Titten das ist Total Recall Total Recall Running Man war in dieses Spiel und Total Recall Total Recall ist auf dem Mars das war dann am Eingang wo er sich so einen Urlaub gebucht hat da kommen wir auch wieder zu sind da die Spür am Anfang die so eine Reckfotrone spüren kennt ihr das wo am Anfang der Bulli hochgeht und die Spür kommt er bucht einen Urlaub in so einer Traumfirma ach über Injektion und dann ist er landet auf dem Mars und dann weiß er nicht mehr ist es jetzt Traum stimmt und er kommt nicht zurück und die Warn die Warn die Warn die Warn die Warn in Deutschland genau Colin Forell der füllen ist Müll Robocop war auch Müll der kam auch zu seiner Zeitung für das Remake Schwimmst du genug weil ich genannt war Poltergeist war das aber für alle Zeiten ist ein Horrorfilm-Fan geht mitunter guckst du sowas aber nicht diese ganz schlimm nicht diese Bulgarien also wenn gucke ich auch so ein bisschen Gruselinge aber zu Splatter ist mir zu viel und letztens wie gesagt bin ich schon mal angesprochen S dann bin ich auch manchmal nicht gestrickt so ich kann heute einen Clown sehen der reicht zum Kind der A habe wenn dann zwei Sekunden später es zerhackt wird gucke ich es auch noch aber dann ich mag so zu viel Gewalt ist ja auch nicht meint so okay sympathisch 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 ja ich würde ich würde mal gerne für euch ernst fragen müssen wir hatten schon was sagst du zu den letzten Rando Last Blood fand ich krass ich fand ihn auch geil fand ich krass ich scheiße auch alle die mich scheiße finden mich hat mich hat absurde brutalität fand ich zu geil aber es hat die Handlung halt aber es hat gepasst es war halt geil wie er alle dahin gelockt hat es war so total unrealistisch und total vorbei ich dachte der baut die Mauer für Trump dachte ich weil Rob Rambor war politisch vorgelassen da ist auch Propaganda gemacht und ich dachte der baut für Trump die Mauer ich fand es cool also was sinnlose Gewalt angeht da war der Teil davor aber dann eher der beste die Uncut Version davon das ist das sinnloseste Gewalt und den haben wir zum ersten Mal Uncut gesehen Baby weißt du was du zum ersten Mal gesehen hast der Gurensohn General das ist Neuphila es gibt nur eine Anklag Version ich habe ganz heftig die Version gesehen ohne nicht also die Geschnittene das ist die Geschnittene in der Anklag Version geht der General immer mit den kleinen Jungen der Gurensohn aufzumachen du musst dir das unbedingt angucken das ist ein sehr hart verstummelt da fehlen 20 Minuten im Kino ist fast immer geschnitten auch dieser Zombie Film damals mit Brad Pitt in den 18ern war das erste Geschnittene war alle sollten den John das war nichts geschnitten es gab nur auf VHS diese Kinderversion auch von Toto Recall damals gab es auch ein blaues Cover und ein rotes Cover rote Cover war ab 18 blauer Cover war ab 16 aber der wirklich der Film den alle sagen sagen werden aus den 80ern den es hier einfach gar nicht gab richtig du musstest aus Holland importieren war Robocop 1 da wo die den richtig zerfetzig das gab es nirgendwo es kam nicht im Kino es kam nicht auf VHS es kam bestimmt nicht im Fernsehen es gab nur einen Import aus Holland da hast du das gesehen und irgendwann haben sie das dann erlaubt so auf DVD was passiert dann bei Robocop da verstümmeln die ihn richtig mit sie schießen alles weg seine Hand weg seinen Oberkörper er wird halt total niedergeschlossen aber so auf so sadistische Art und Weise und das geht echt lange du siehst richtig eklige Details weißt du wenn wir den auf Kabel 1 zünden oder guckst den Film da siehst da gar nichts es gab viele so Mythen damals wir waren immer am Starface und dann war auch immer die 18er Version die wir nicht hatten war das mit der Kettensieger wie heißt der Film mit Jean-Claude von Lambert den Offenbruch Bloodsport Baby Bloodsport ich habe keine Jean-Claude von Lambert aber das habe ich gestern glaube ich erst in der Boogie Night Show angesprochen war so geflasht dass die Rambo ja hätten sterben lassen bei der ersten Episode das Testpublikum war so sauer weil die so Rambo gefeiert haben dass die sagen wir wollen den nächsten Teil mit dem paar Tower der erste Rambo Film war wirklich ein gut gemachter Film ja gut soweit ja nur ein Monat damals einen Monat einen Monat habe ich so eine Challenge gemacht damals ach so Challenge und hast dich da schlechter gefühlt besser gefühlt hast du irgendwas gemerkt ja kein Unterschied kein Unterschied hast du abgebaut ich habe derzeit nicht richtig trainiert so keine Ahnung ich habe das einfach nur so durchgezogen um mir das selber zu beweisen anstrengend es geht es ist okay aber es ist so ja diese ganzen Fleisch ich bin halt so ein Fleischesser und diese Fleischersatz Patties und so es geht schon ich habe das Gefühl dass man da viel mehr Kalorien zu sich nehmen muss als wenn man sich so bewusst Eiweißreich ernährt weil alles was mit Eiweiß angereichert ist hat da irgendwie auch viel Fett und so aber bin ich kein Experte isst du eher draußen oder zu Hause zu Hause eigentlich zu Hause ja ich bin aber auch oldschool Bodybuilding einfach so nimmst du was für Supplement nimmst du nur Eiweiß nur Eiweiß also nimmst du keine Kreative oder so darf ich nicht ich muss gerade meinen Führerschein zu kriegen ich muss gerade Urinproben abgeben alle zwei Monate in der Charité wie auf Drogen und Alkohol ja und warum dann kein Kreatin weil man mit dem Kreatininwert den Urinwert ach den Kreatinwert das ist richtig ja wenn du zu viel Kreatinin drin hast dann kann man von Betrug ausgehen weil wenn der Kreatininwert steigt senkt es irgendwie den anderen Wert also schlag mich so aber die haben mir gesagt keinen Kreatin zu übernehmen ich dachte auch weil habe ich das auch immer genommen jetzt merke ich auch so okay es ist vielleicht doch nicht so elementar aber sie haben Fleisch und so auch Kreatinin ich bin echt kein Wissenschaftler ich mache da keine Wissenschaft drauf ich gucke dass ich mein Eiweißgehalt habe dass ich wirklich Fett nehme Kohlenhydrate morgens um in den Tag gut reinzukommen Kraft zu haben relativ dann nach um den Sport rum Kohlenhydrate abends weglassen und halt an manchen Tagen wenn man keinen Bock hat diszipliniert zu sein dann esse ich halt alles einfach weitermachen der arme ist dick sonst fällt zu wenig Fällen viel bewegen einfach das ist ja auch warum ich das auch gerade angesprochen habe neben uns warst du glaube ich der prominenteste mit Massaker zusammen der Sponderingverhältnis mit Attila gehabt hat ja hat der was damit zu tun dass du diesen vegan ja genau das war bei ihm damals wirklich das war seine Challenge was heißt seine Challenge er hat mich gefragt ob ich Bock hätte drauf und ich habe gesagt ja ich ziehe meinen Monat durch und habe ein paar von seinen Produkten genommen ach so war das ja hast du auch bei ihm dann gegessen ab und zu ja klar ich war ja richtig down ich war ja der erste glaube ich bei Daishu und wir haben das ja jetzt bis kurz vor Corona durchgezogen dann wurde das Vertragsverhältnis beendet von seiner Seite und das war dann das war dann auch Februar Mitte Februar hat er gesagt das Vertragsverhältnis ist beendet weil Daishu stirbt oder ihr hattet keine persönliche Differenz es war so ein geschäftliches Ende genau das war ja die ganze Zeit auch ein finanzieller Aspekt für mich und ich habe ja nicht viele Werbeverträge in meinem Leben abgeschlossen ich habe mit Rocker Nutrition Werbevertrag oder nicht mal Werbevertrag einfach so eine Basis und ich bewerbe das Zeug und kriege von Julian Zito ein bisschen was und bei Daishu stand ich auch hinter dem Produkt weil ich finde diesen gelben Daishu im Sommer eiskalt ein super leckeres Getränk und ich konnte dahinter stehen auch für den Tigerschutz die ganze Geschichte so wie es verkauft wurde die Inhaltsstoffe fand ich alle super leides Getränk besser als diese Energy Flöhe sonst es war auch in einer Zeit wo es mir persönlich wo ich ein bisschen in den Seilen hing hat mir auch finanziell gut getan und dann kam es von seiner Seite irgendwie läuft nicht mehr jetzt Corona Krise und so wir müssen uns erst mal auf Eis legen und dann meinte ich ja kein Problem legen wir uns auf Eis ich reiche jetzt nicht auf hier irgendeinen Vertrag rum und sage ja hier steht immer noch drei Monate sondern dann soll es halt so sein und seid ihr noch gut? ne seitdem das war das letzte Gespräch ach so das war das letzte Gespräch also habt ihr vorher aber ein persönliches Verhältnis oder ging es immer nur um Daishu? es ging eigentlich nur um Daishu wir haben halt Werbeclips gedreht dafür es ging eigentlich er hat natürlich auch manchmal angerufen und haben wir über die Webszene gequatscht und so aber ich habe schon gemerkt das war ich wollte auch manchmal versuchen und habe versucht einen persönlichen Aspekt irgendwie einfließen zu lassen aber er war immer sehr auf der Businessseite also es war ja auch so ein umtriebiger umtriebiger Typ war die ganze Zeit sein Ding im Kopf so was ist ein umtriebiger Typ der nicht so nicht gefunden hat? ne der einfach die ganze Zeit so ackert und macht und tut und so und immer sein Business im Kopf hat ja deswegen also war das eigentlich so es ist über eine Business-Ebene nie hinausgegangen und dann hat sich das verändert und zum Glück würde ich mal sagen weil jetzt würde ich mich auch nicht mehr mit Daishu zeigen können weil ich finde alles okay man kann Verschwörungstheorien an den Tag legen finde ich okay man muss nicht alles glauben aber mit so mit diesem weiß weiß schwarz rot die war war farben deutschlands und so und ich meine weißt du finde ich das geht zu weit wenn es jetzt als Provokation gemeint ist und jetzt nach drei Jahren oder so dann kommt der große Witz ey das war alles nur war gar nicht so gemeint und so ach wo ich dachte du das mit Absicht das T-Shirt an das ist ja blau das ist ja blau aber wie färben sie das ist wenn das jetzt dann heißt ja das war jetzt ein soziales Experiment was ja viele dann gerne machen wenn sie irgendwie ins Fettnäpfchen getreten sind dann am Ende sagen oh ich wollte mal gucken hier wie wer war das nochmal Sophia Tomala die dann gesagt hat kleine Tippen sind wie Flüchtlinge viele haben sie aber eigentlich will sie keine haben oder so und da hat sie voll den Shitstorm bekommen und einen Tag später hat sie das dann so sorry das war natürlich ein bisschen daneben aber das war als soziales Experiment geplant um zu gucken wie die Leute dann darauf anspringen auch das wird nicht passieren ich weiß nicht was ich aber richtig behindert fand von Weiß die haben uns ein Artikel letzte Woche geschrieben weiß.com da stand dann auch ja die alle Rapper und so wollten sich nicht äußern und dann ging ja so jeder einzelne Rapper wurde ja so durchgegangen und dann ließ es auch ja und hier haben wir den Rapper Silla im Mai 2019 schreibt er in seinem Musikvideo Tempel of Samurais einen Wagen was das gleiche Logo ziert und dann draußen der das so bei Twitter und schreibt hier ist der Screenshot und schreibt so Haram Silla so von wegen weißt als ob ich irgendwas Böses Schlimmes der weiß Redakteur das ist Jan also Twitter Post das war unser Typ der hat mich auch bei Facebook eine Woche vorher angeschickt ich glaube das ist Jan Jan Karrock oder so genau er macht jetzt so Haram Wörter und so klar ja ich habe auch ein bisschen mit dem hin und her gesprochen aber dein Name ist auch gefallen Jan hat versucht an Boogie heranzutreten und die Verwaltung von der E-Mail Adresse von offiziell LMK die macht er ja selber gar nicht und dort kam dann halt so eine Anfrage und da stand schon auch also es war schon so ein bisschen mit so einem ausgestreckten Zeigefinger muss ich ganz ehrlich sagen auch schon die Anfrage selbst und es wurde mir geraten dazu keine Stellung zu beziehen jeder sagt zu mir auch meine Frau meine Freunde sagen eigentlich solltest du über dieses Thema öffentlich gar nicht sprechen hat er über die FDNLK über dieses Thema sollte man nicht sprechen das ist ja Quatsch also ich habe den angeschrieben direkt und habe dem gesagt also es war so nach dem er hatte eine Frist gesetzt das finde ich immer voll witzig bei diesen ganzen Supportern ich kann es ja auch verstehen du willst deinen Bericht fertig kriegen so ein auf den so aber wenn man sich nicht meldet oder ob man sich meldet kann für viele Leute so eine loose loose Situation darstellen aber lieber melde ich mich bei den Leuten anstatt einfach schreiben zu lassen was die Bock drauf haben über mich weil letztendlich so verstehst du deswegen habe ich mich bei ihnen gemeldet und habe gesagt du ich kann dir jede einzelne Frage beantworten auf die du Bock drauf hast Buggi ist jetzt nicht so der Gesprächspartner für solche Sachen deswegen red mal mit mir weil du redest ja über 100% Realtalk weil wir hatten den eingeladen es gab ein Atelierinterview ich habe gesagt ich beantworte dir alles mit bestem Wissen und Gewissen ich habe überhaupt gar keine Ängste nichts null ich hätte auch voll gut argumentieren können das lächerliche finde ich aber immer was zu überdenken wo andere was andere Produkte wer dahinter steckt ja also warum schreiben die mir hart abends auf einem Screenshot von Mai 2019 wo er noch überhaupt nicht in diesem Kreuz was soll das in Form überhaupt und wenn man ein Türke wäre aber irgendwas ja das ist wieder lächerlich für mich da hatte er als die Tempelhof Samuel oder so gedreht wurde da gab es dann hat er nur politische Statements gegeben die heute so relevant sind das ist voll affig ja dieser Bruder von der Weiß der hat mich tatsächlich gefragt ob er immer noch unser Sponsor ist ja genau hat er dich auch gefragt oder was achso du hast ja keinen Kontakt in der Facebook Nachricht wahrscheinlich ist das eins zu eins dieselbe Nachricht die du auch bekommen nein nein er hat mich am Telefon gefragt ich habe mit dem Begrunzen telefoniert ich habe mir vorgeschlagen die erste Frage war bist du da immer noch unter Vertrag besteht das Verhältnis noch und wie war das überhaupt aber ich bin mal ganz ehrlich jetzt mal wirklich kein Diss an dem Bruder weil er hat sich eigentlich okay benommen okay okay heißt für mich er hat schon ein paar seltsame Moves gemacht habe ich ihm auch gesagt guck mal das sind seltsame Moves ich habe ihm auch gesagt dieser Text der dort geprintet wurde den du gelesen hast was mein Statement angeht der war auch mal anders da habe ich ihm auch gesagt Digga so schreibst du das bitte nicht ach der Jan ist ein komischer ja der hat so ein paar Moves gemacht wir telefonieren dann und dann dann sich nicht melden und dann habe ich angerufen dann ist er im Meeting und so hat sich so ein bisschen gedrückt kam mir so vor also er wollte eigentlich schon seine Weiß ich entweder hat er sich gedrückt und das ist was du sagst oder er hat es wirklich missverstanden ich möchte ihm jetzt das nicht vorwerfen kann beides sein kann ja beides sein aber ich halte es immer für ein bisschen fragwürdig wenn du einen Artikel verfasst und Leute dort beinhaltest dass du überhaupt gar keine Recherche hast weil ich meine wir sind seit Monaten sind wir nicht mehr unter dem Deichow-Banner diese Dosen liegen hier nicht rum es wäre ganz einfach mal gewesen wie es zur Zeit aussieht und dann hättest du da deine Antwort gehabt aber wenn du einen Artikel verfasst für eine Mainstream-Zeitung oder irgendwas dann solltest du recherchieren weil ansonsten musst du journalistisch nicht wirklich respektieren toll gesagt ich habe den Weiß-Artikel zugänglich gelesen du kriegst mal viel von mir ich hatte mich geschickt auch ich hatte eigentlich gute Erfahrungen mit Weiß war aber auch geschockt weil ich fand es so albern und jetzt da wusste ich glaube ich nicht dass du im Outcast kommst das letzte Woche war so das ist ein 10-Tage-Alter-Artikel glaube ich und dann sagst du mir aber auch 2019 da hast du gar nichts mit zu tun also du hast dich nie mit seiner Meinung solidarisiert weil er noch gar nicht die Meinung frei getreten hat wie du sogar gesagt hättest sie hätten ja auch bei mir bei Instagram und Facebook gucken müssen da ist ja nicht ein einziger Deichewerberpost zu sehen und schon gar nicht vielleicht bei Facebook noch von 2019 weil ich das da nicht lösche aber bei Instagram habe ich irgendwann mal alles gelöscht wegen Promophase Neue Start wie Buggi sagt er war damals gar nicht kontrovers also das jemandem vorzuwerfen dass man damals eine Geschäftsbeziehung zu diesen Menschen gehabt hat ich meine was war denn da los die wollen Gangster-Raps erreißen das war damals auch das war damals auch das war damals erzählt an diesem Detail in der Bild haben nachzuschrieben der körperlich Überlebene und da war ich voll dünsel in Zeitpunkt Grunde danach weil die nehmen was sie irgendwie ausschlafen können weil jetzt hätte ich eigentlich anders gedacht weil ich habe ja auch schon coole Berichte Neue Mann die haben einen schlechten Beruf aber es geht jetzt auch darum dass die Leute heutzutage die wollen dieses Verschwörungstheorien im Rap zu einem Thema machen ja die haben sich ja hingesetzt ihr seid ja auch mit euren Pyramiden da und so war das nicht Pia ich vor ist ja mit dir darüber gesprochen worüber ach ne das war mit Leon Lovelock glaube ich das über die Pyramiden und ist die Erde wirklich flach das war auch ein bisschen übertrieben was da aus dem Deutsch-Web-Kosmos kam aber ey guck mal sag mal ganz ehrlich jetzt wenn Pia oder Tianos oder so sich gerne über Pyramiden unterhalten oder über die verfickte flache Erde dann lass sie doch den zum Teufel interessiert es aber ich meine wenn du so über Verschwörungstheorien redest da kam dann halt im Gegensatz zu dem Bruder von der Vice wie gesagt kein Disperspectro aber da kam zwei Tage später jemand von der FAZ zum selben Thema wo mir auch abgeraten wurde der hat auch über Ecken Kontakt zu mir gesucht und hat über Steiger dann irgendwie die Nummer klar gemacht Steiger hat mir abgeraten hat gesagt eigentlich mit der Mainstream-Presse und so weißt du ja die haben eine Agenda die wollen was bestimmtes schreiben und da wirst du nicht gut bei aussehen ich sag Steiger das ist nicht meine Philosophie ich rede mit jeden Einzelnen damit die sehen es gibt keine Berührungsängste von unserer Seite aus und ich drücke mich auch vor einer Konversation nicht aber dann werden wir ja sehen wenn wir zu beieinander sitzen wie die Argumentation wie die Argumentation zwischen uns ist was hast du denn überhaupt für so Gedanken in deinem Kopf vielleicht irgendwelche Vorurteile die du bei dieser Sache hast genau das ist der Vorurteil belastet wer weiß wenn ich mit ihm nicht rede was kann ich denn dazu beitragen dass dieses Thema entschärft wird deswegen habe ich den Bruder eingeladen der ist hergekommen der hat sich super korrekt verhalten der hat ein ganz anderes Bild von dieser ganzen Situation hat danach gesagt jetzt kann ich meinen Artikel gar nicht mehr so schreiben wie ich ihn eigentlich gedacht habe der war hier ja der war hier ich habe ihn eingeladen der hat sich hier hingesetzt weißt du so wie ich jeden anderen Reporter oder keine Ahnung was einladen würde der es wirklich ernst meint und der keine Agenda schiebt so die kommen dann man redet dann darüber das Einzige was ich als Voraussetzung habe weil ich lasse mich nicht ficken ist dieses Diktiergerät läuft das ist wir können über alles reden aber Diktiergerät läuft das heißt wenn du dann später denkst du kannst mir meine Wörter in meinem Mund rumdrehen meins läuft und du musst am Anfang auch sagen ich bin cool damit und ich bin auch cool damit falls es irgendwann mal eventuell veröffentlicht wird das ist das Ding ich lasse mich nicht ficken Diktier und dann können wir über alles reden alles und der Bruder ist gekommen hat mir noch danach noch eine Nachricht geschickt meinte so ich habe echt Respekt für deinen Lebensweg und so er hat ein bisschen auch aus meiner Vergangenheit gehört und meinte so ich werde mal gucken was ich damit machen kann ob der Artikel so in der Art und Weise bei der FAZ gedruckt wird oder nicht liegt nicht in meiner Hand hat er mir auch von Anfang an gesagt das kann sein ist er gar nicht veröffentlicht da habe ich gesagt bin ich auch cool damit aber dieser Reporter ist gekommen mit einem Mindstate der mit dem Mindstate wo er diesen Raum verlassen hat nichts mehr zu tun ich verspreche dir hat er selber auch gesagt und nebenan saß noch hier Martin Seliger der Buchautor der über Gangsterweb schreibt und so weiter der hat sich das Gespräch auch reingezogen alle haben gewonnen deswegen dieses so nein ich rede nicht mit dir weil ich habe Vorurteile ihr seid die Mainstream-Presse oder nein ich rede nicht mit ihm weil er ist ein Verschwörungstheoriker das sind so schwarze die Sachen deswegen was wir geklärt haben von Anfang an was mir wichtig war Verschwörungstheorie in der Rap-Szene genauso wie Antisemitismus in der Rap-Szene gibt es nicht weißt du warum es gibt keine Rap-Szene dann ist das Thema idealisch Bruder wenn einer was sagt was doof ist oder wie damals Kollege und Farid machen wir einen Echoskandal rede mit denen Bruder die Rap-Szene an und für sich gibt es nicht weil die sind so unterschiedlich alle Menschen du hast eine ganz andere politische Meinung als ich du bist ganz anders aufgewachsen du hast auch einen ganz anderen Style an diese Hip-Hop-Sache ranzugehen aber vor allem menschlich ideologisch und so sind wir alle miteinander gar nicht vergleichbar jeder muss für das bewertet werden was sein Maul verlässt Bruder wenn du irgendwas cooles sagst kriegst du einen Applaus dafür oder wenn du was beschissenes sagst kriegst du Kritik dafür aber wo ist diese Rap-Szene wer soll denn das sein die gibt es nicht das ist eine Illusion und der sagt immer wenn wir nicht mehr miteinander reden dann ist alles zu spät auch damals als wir den Reicher und meine Familie ein bisschen skeptisch mit dem AfD und der hat auch ein geiles Argument so lange man noch redet ist noch alles tutti Schlimmes weißt du wenn wir erst die Seiten hören und Leute aufeinander zutreffen weißt du ja das war meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch Bruder ja es war sehr breit gefächert ja aber auf jeden Fall haben wir hier an unserem Tisch wo nicht gelogen wird hier einen mega ehrlichen Gast aber ja er nimmt kein Blatt vor den Mund und auch mal unangenehme Sachen mal auf Sucht und so weiter lässt tief blicken in die Psyche ist gut finde ich gut auch Respekt dafür macht ja nicht jeder deswegen viele sind verschlossen schön dass ihr da heute da habt mega stabil danke für die Einladung du hast jetzt das Single rausgebracht ich habe jetzt zwei Single rausgebracht für das neue Album das neue Album Unsterblich kommt am 8.1. was war die neueste Single? Ozean? Ozean ja genau und jetzt kommt ein Song Unsterblich ist der Titelsong vom Album mit Echo Fresh haben wir aufgenommen Echo Video gedreht vor einer Woche im Tempelhof ja kommt jetzt am 9. Oktober raus bin sehr stolz mit dem Bruder auf einem Track zu sein ja wer hat dann auch einen Podcast bekommen leider hat es nicht mehr geglaubt echt jetzt? ja an dem Tag wo ihr zusammen wart krass auf jeden Fall für mich eine Legende damals als wir angefangen haben zu rappen Doppelreime und so wie er es rübergebracht hat habe ich ihn damals schon gefühlt und ich glaube er hat sehr viele Leute das heißt ich glaube er hat auf jeden Fall mit seinen Raps die sehr viele Leute beeinflusst die heute am Start sind einfach dieses saubere Reihenschema krasser Track 100% Hip-Hop nächstes Ding und ja lasst euch überraschen also Album kommt am 8.1. ich habe ein breites Spektrum abgedeckt so oldschool neue Elemente einfach mit diesem Album wollte ich einfach zeigen dass die Musik generell oder egal wie oft auch ein Silla wie oft ich tot geredet wurde läuft nicht mehr und so weiter also durch die Musik bleibe ich einfach in den Köpfen der Leute und bin unsterblich irgendwann wenn ich von dieser Erde gehen sollte werde ich einfach so eine Legacy hinterlassen haben wo dann viele hoffentlich viele Generationen noch diese Songs anhören können und sich einfach von den Emotionen irgendwie positiv beeinflussen lassen können und das ist so ein bisschen mein Ziel einfach sowieso immer weitermachen immer weitermachen das Steh auf Männchen ja immer weitermachen und vor allem Musik ist einfach so etwas magisches du kreierst einfach etwas hier ist in einem Raum es ist noch nichts da vielleicht nur irgendein Gedanke dann kommt die Musik dann kommt das Ding und das ist auch wie gesagt da ist auch wieder diese Sucht mäßige diese Bestätigung oder dieses was erschaffen zu haben dieses Wirksgefühl da rauszuziehen das ist auch mein Antrieb das immer weiterzumachen und da geht es gar nicht so ergebnisorientiert was ist das Ergebnis wie chartet das sondern eigentlich so der Weg ist das Ziel mäßig jetzt fertig sind wir sehr gespannt drauf check Zilla auf jeden Fall check Zilla ich sag du mal im Start halt Zilla ich sag du Ambulanke der Probe ist alles passiert ich fand's echt verblüffend ehrlich bei manchen Themen jetzt so gedacht du sagst vielleicht Kaffee über wen wir waren sehr ehrlich bei diesem Tisch wollen wir wieder nicht gelogen ich hoffe der Aufgeist hat euch gefallen der Bruder Zilla also in diesem Sinne Leute ich geh jetzt Zilla raus hier wir sind raus jetzt peace